Guten Abend, moin moin, eben noch Apollo und jetzt schon Hardcore Colonization. Ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Folge, nachdem wir Apollo ja heute Nacht schon abgewickelt haben, beziehungsweise gestern Abend bis heute in die frühen Morgenstunden, können wir heute direkt weitermachen mit Colonization und es geht rüber in die bekörbelte Raumfahrt zum Moon, haben wir glaube ich als Strategie angenommen. Da müssen wir mal gucken, ob wir technologisch schon alles beisammen haben, um das auch tatsächlich auf die Kette zu kriegen. Aber bevor wir das machen, natürlich wie gehabt erstmal ein ganz liebes Hallo an die anwesende Rasselbande, und zwar an den Neo-Körmen, den Mickey, den Borky, den Zero Dissois, den Euphor, den Thorbuck Junior, den Marzel91, den Arnold Denit, den Mr. Penguin King, den Meoran, den Andihaus und natürlich auch allen, die fröhlich vorm Fernseher rumlungern, wollte ich jetzt gerade sagen, aber das Wort ist Lurken. Und moin Rex the Lion. So, ja Mensch, nach einer spektakulären Mondlandung, ich wollte noch gerne ein Highlight raushauen, also quasi den Start mit dem Sound drüber. Leider ist der Sound copyrightmäßig kassiert worden von Twitch, weil sie das der NASA als Copyright Owner zuordnen. Der Punkt ist halt, diese Aufzeichnungen sind Public Domain, weil die NASA die auch rausgibt. Das ist immer so ein bisschen dieser automatisierten Content-Copyright-Systeme schlagen man halt relativ schnell zu, wenn sie es zuordnen können oder wenn das irgendwie geclaimed worden ist. Dagegen kann man einen Einspruch erlegen, das einlegen. Ich habe das bei YouTube schon ein paar Mal durch, diese Thematik. Das hat ja immer so einen Monat gedauert oder so. Ich probiere es jetzt mal bei Twitch, das ist mein erstes Mal, dass ich jetzt auch einen Einspruch dagegen einlege, weil es ist halt Public Domain. Ich befürchte, das Thema Apollo 11 Jubiläum ist nicht mehr relevant, wenn mein Einspruch durch ist. Herzlich Willkommen im Streaming Live. Ja, läuft bei uns. So, was machen wir heute? Wir checken jetzt gleich einmal die Technologien durch, die wir so haben. Also ich gehe mal in das Vehicle Assembly Building und wir werden uns dort mal angucken, was uns technologisch zur Verfügung steht. Und dann gucken wir mal, was an Verträgen noch offen ist. Auch was eventuell neu dazugekommen ist. Und würden eine, also wahrscheinlich, wenn alles da ist, was wir brauchen, eine Mondmission starten. Oder eine Mün-Mission. Und was ich übrigens parallel noch nachdenke. PS, ihr könnt mir mal einen riesen Gefallen tun, indem mal jemand von euch Ausrufezeichen Discord probiert. Das hat gestern irgendwie nicht gezündet, das Kommando. Ich habe es heute nochmal gecheckt. Bei mir zündet das sauber. Ich würde gerne mal sehen, dass es jemand anders als ich benutzt, weil eigentlich ist es erlaubnisebenenmäßig sauber. Super. Beim Neo klappt es schon mal. Beim Marzel auch. Sehr schön. Okay, danke. Das reicht. Vielleicht muss ich da einen kurzen Sleep reinbauen. Okay, cool. Dann hat der Bot einfach gestern rumgesponnen. Das ist doch schön. Genau. Schauen wir uns einfach mal an. Dann werden wir heute gucken, dass wir da eine saubere Mission über die Bühne bringen. Nach großer, echter Mondmission gestern. Sollte ja heute eine Mission zu mühen. Ehrlich gesagt. Erklack sein. Wie man so schön sagt. Und moin, Exprodott. Schön, dass du da bist. So, und ich mache mal noch hier den... Hallo, ich bin Live-Tweet. Knopf gedrückt. Wie unglaublich professionell das hier mittlerweile ist. Ich habe das Stream-Deck endlich mal wirklich begonnen zu benutzen. Was mir noch einfällt. Ich muss unbedingt mal demnächst mein OBS zum Thema, wenn wir über professionelle Stream reden. Mir ist aufgefallen, dass meine OBS-Version so unglaublich viele Versionen hinterherhängt. Ich muss dringend was tun. So. Achso, du hast das nach dem Stream angelegt. Ah, dann ist das gar nicht meine Schuld. Dann habe ich es einfach stumpf vergessen gehabt. Sehr gut. Sehr gut, lieber Neo. Sehr gut. Jetzt bin ich raus. Was wollte ich tun? Ich wollte Antrags-Hallo sagen. Hi. Und wir wollten... Fangen wir mit Technologie an? Ne, wir fangen mit Missionen an. Also, Moonstone zurückbringen. Den da sollen wir im Mond-Orbit noch testen. Okay. Escape-Tradegy out of the moon. Neo. Moon-Program an sich ist auch aktiv. Was haben wir hier noch? Explore Minmus schon mal. Aha, für später vielleicht interessant. Aber jetzt noch nicht das Ding, was ich tun will. Orbit, 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 Orbit. Kassieren wir den schon mal? Einfach damit wir ihn haben. Uh, der liebe Neo gibt Kohle aus und will einen Körbel haben. Na gut. Da ich ein alter Sparfuchs bin, würde ich sagen, werden wir doch mal... Soll ich lieber den Hagan... Du darfst dein Schicksal selber wählen. Ähm, wir haben den Hagan... Und wir haben den Rayman im Orbit. Beide könnten wir potenziell retten. Wen... Wen soll ich retten? Der Hagan lohnt sich natürlich mehr. Der Hagan lohnt sich etwas mehr, wenn ich das richtig sehe. Ja, der Hagan ist ein bisschen zahlfreudiger. Ich würde ja den Hagan retten, wenn das für dich okay ist, Neo. Ähm. Mahlzeit, Hugo. Mhm, mhm. So, dann nehmen wir doch den Hagan mit. Hm. Okay, dann machen wir eine kleine Übungs-Rettungsmission, bevor es zum Moon geht. Damit ich nicht so viel Kohle ausgeben muss für den neuen Körbel. Ich habe schon mal Orbital Rescue gemacht, oder? Dann müsste ich sogar eine Rakete potenziell fertig haben. Hoffe ich. Ich hoffe, es ist instimmig. Äh... Zack. Moin, Epsilon Mark. Ich habe noch keine Orbital-Rettung gemacht. Okay. Ja gut. Stimmt. Ist ein relativ neues Save-Game. Das kann natürlich alles sein. MK2 Command-Port haben wir schon. Den Heatschild haben wir aber noch nicht. Hm. Dann wird es wohl über eine Touri-Kapsel laufen müssen. Aber hatten wir nicht? Wir hatten doch schon ein Touristenschiff. Wir können doch eigentlich das Touri-Schiff nehmen. Tourist-Zweikörbel-LKO. So, dass wir hier ein bisschen dran modifizieren. Ja, wir haben jetzt ein paar mehr Bauteile. Dann können wir doch dieses Schiff ein bisschen verbessern. Zum Beispiel könnten wir dieses Orbital-Telescope darunter nehmen. In seiner völlig unwürdigen Konfiguration. Wir nehmen die Dinger hier weg. Packen oben einen... Zack. Fallt schon drauf. Das Labor... Das Labor könnte man tatsächlich erwägen mitzunehmen. Was haben wir denn science-mäßig? Ich überlege, ob ich so ein kleines Science-Dingens mitnehme. Da können wir mal gucken, was zur Verfügung steht. In... Space... Hier... Urban. Echt jetzt? Wir haben das alles noch nicht gemacht? Okay, da können wir noch richtig Wissenschaftspunkte zusammenkratzen mit der Aktion. Ja, schön, dann machen wir das doch, oder? Dann lohnt sich das ja richtig. Wenn wir hier... in Space-Nir-Kirbin unterwegs sind. Universal-Stoile. Dann nehmen wir nämlich den kleinen... den kleinen Core hier mit. So, was... Und jetzt nehmen wir die Sachen mit, die wir wirklich noch nicht haben. rvps haben wir noch nicht gemacht. Check. Genau, indem man zuschaut... Und das ist so... Also, wir hatten ja das Overlay. Das war nicht für alle ganz cool, weil nicht jeder so Overlays freischalten mag. Das verstehe ich auch. Deshalb habe ich es jetzt vor... beim letzten Stream... letzten, vorletzten Stream... Umgestellt auf ein Chatbot. Indem ihr einfach zuguckt, kriegt ihr alle 10 Minuten einen Körbel-Dollar. Und wenn ihr in den 10 Minuten, also aktiv am Chat teilgenommen habt, das heißt, einfach mit euch unterhaltet, dann kriegt ihr sogar noch 4 Körbel-Dollar-Bonus. Und mit Ausrufezeichen Expedition und einer Zahl von 1 bis 100 könnt ihr alle 10 Minuten eine Expedition starten. Gemeinsam. Also, wenn einer gestartet hat, können die anderen mit Expedition beitreten. Und dort gibt es eine Chance, entweder diese Körbel-Dollar zu verlieren, natürlich, wenn die Expedition schief geht. Oder aber diese Körbel-Dollar zu verdoppeln, wenn ihr erfolgreich aus den Tiefen des Weltalls zurückkehrt. Also, das ist eine kollaborative Sache. Das heißt, der Neo hat jetzt gerade gestartet. Und ihr könnt jetzt alle mit euren Körbel-Dollar teilnehmen, wenn ihr das möchtet. Viel Erfolg dabei. Ich werde jetzt aber nicht zugucken, wie eure Mission ausgeht. Gestern war es immer so mittelmäßig vom Erfolg her. Ging so, möchte ich mal sagen. Ging so. So, Ormite-Teleskop. Das war, glaube ich, ein bisschen größer. Das rechtfertigt auf jeden Fall schon mal die Zweier-Konfiguration. Das macht total Sinn. Was haben wir noch? Also, was haben wir noch nicht? Magnetometer. Haben wir ein Magnetometer? Nee, das war das Problem, dass wir das noch nicht in einer tauglichen Konfiguration hatten für das Universal Storage. Das ist aber eigentlich gar nicht schlimm, weil das stecken wir einfach trotzdem ran. Das ist nämlich total in Ordnung. Also, für mich ist das total in Ordnung. Wir packen das unter den RWPS drunter. Nee, da stören sich so viele Antennen. Wir machen das also... Im Spiel stören die sich natürlich überhaupt nicht. Aber, ihr wisst schon, in meinem Kopf stört das. So. Blablabla, den brauchen wir tatsächlich. Die einzige Sache, die wir wissenschaftlich hier echt nicht mit hochnehmen müssen, ist das Teil. Das ist da einfach echt ein Häkchen? Wo? Hä? Ich glaube, du verwechselst... Ach so. Nee, das ist der Streamlabs-Bot. Das hat mit mir nichts zu tun. Ich wollte gerade sagen, so habe ich irgendwas verpasst. Davon wüsste ich, wenn ich Partner geworden will. Nee, 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 nee. Ich habe vom Nightbot umgestellt auf den Streamlabs-Bot. Und Streamlabs ist Twitch-Partner. Also, der Streamlabs-Bot ist Partner. Ich bin kein Partner. Genau. Was kann man mit den Körbel-Dollars machen? Mit Ausrufezeichen Perks. Könnt ihr euch das angucken. Da war der Neo auch schon schneller als ich. Da werden später noch andere Sachen mit hinzukommen. Ich überlege nämlich tatsächlich, die Sounds aus den Alerts ein bisschen zurückzufahren. Und, weil einfach, das hat was mit Bits, also die Sub-Alerts und so weiter, weil das hat immer was mit Geldausgeben zu tun. Und durch die Möglichkeiten zu geben, für kleinere Beträge eure Körbel-Dollars, also da reden wir dann nicht über solche Beträge, wie dastehen, um Körbel zu bekommen, für kleinere Beträge eure Körbel-Dollars, äh, Sounds einzuspielen. Da muss ich nur noch gucken, ob ich einen Bot finde, weil der Streamlabs-Cloud-Bot scheint das nicht zu können. Ob der Streamlabs-Bot-Bot, den man mitlaufen lassen muss, whatever. Ich werde es mir noch angucken. Ähm, also da werden noch andere Sachen dazukommen. Im Moment sind unter Perks die Sachen, die man tun kann mit den Körbel-Dollarn. Da geht es hauptsächlich um so Dinge wie einem Raumschiff einen Namen geben. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, so, ey, ich möchte jetzt, ähm, meine 500 Körbel-Dollar, also das K bezieht sich auf Körbel, nicht auf 1000. Ich merke gerade, dass das nicht eindeutig benannt ist, wegen dem K, nicht, dass ihr denkt, ihr braucht 500.000 Dollar, also das ist ein Körbel-Dollar. Ähm, für 500 Körbel-Dollar zum Beispiel könnt ihr mit Ausrufezeichen Redeem Rakete, als Stichwort zum Beispiel, wenn ihr sagen wollt, ich will bestimmen, wie diese Rakete heißt, könnt ihr das machen. Oder für 1000 könnt ihr euch ein Körbel holen, für 1500 eine Mission auswählen, ähm, und für 2000 könnt ihr euch ein Abo schenken lassen, oder, also von mir. Und für 5000 Körbel-Dollar gibt es einen VIP-Status auf Lebenszeit hier im Kanal. Äh, alle, alle diese Preise sind, äh, Änderungen vorbehalten. Ich muss gucken, wie das, wie das mit dem, mit den, äh, mit den Werten funktioniert. So. Aber das ist so, wie es momentan eingestellt ist. EFA-Report haben wir relativ viel. Temperature-Scan haben wir auch noch nicht gemacht. Also, ehrlich nicht? Das glaube ich alles fast nicht. Das glaube ich nicht. Das haben wir doch alles... Das haben wir doch alles abgegeben. Achso, du hast schon geschrieben, das backt gerne mal. Ja gut, ich nehme jetzt die Sachen mit, aber das ist, also Temperature-Scan, Pressure-Scan, Science Junior, bin ich richtig sicher, dass ich die schon im Low-Orbit gemacht habe. Das Ding auch schon in Teilen. Das kann ich mir vorstellen, tatsächlich, dass ich das noch nicht gemacht habe. Magnetometer, quite unsure. Das müssen wir ausprobieren. Solarpartikel-Collector, würde ich mal mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher bei dem. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Den stopfen wir hier mal unter das Magnetometer drunter. Und dann nutzen wir einfach den freien Slot für eine Battery. Die hilft uns nämlich auch ein bisschen. Aber ich mag die neue Art und Weise Universal Storage zu konfigurieren. Das ist echt so viel schöner geworden. Wir könnten das Dunkle mit der dunklen Rakete kombinieren. So, dann müssen wir hier nämlich auch nicht diese schäbige Außen-Nummer machen. Kicks, moin! Vielleicht hat mein Scientist Alzheimer. Was? Also musst du noch sehr lange KSP spielen und streamen, damit ich VIP bekomme. Nein, die Idee ist natürlich bei sowas wie VIP-Status, dass das ja auch was Besonderes sein soll. Das soll man sich wirklich hart verdienen. Und ich weiß, dass ganz viele von euch schon ganz lange mit dabei sind. Und was mir einfach wichtig war, ist damit irgendwie einen Rahmen zu schaffen, dass das halt komplett unabhängig von irgendwelchen Abonnements, also Subs oder Trinkgeldern oder Bits oder sowas ist. Das steht euch natürlich weiterhin frei, das zu tun, um Himmels Willen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Aber ich will halt nicht solche Dinge davon abhängig machen. So, ich reduziere jetzt mal, ich reduziere nicht die Teile. Ich baue das jetzt ja mal ein bisschen, ähm, ein bisschen moderner. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen mehr Möglichkeiten, hier zu arbeiten, auch mit Bauteilen. Dann lasst es uns optisch. Bei den Sachen, manche Sachen, äh, beim Bau manche Sachen hintereinander. Hm, also ich habe das Problem tatsächlich nicht mit, ähm... Ah, so ist es schön. Ähm, ich habe das Problem nicht mit RSS. Nee, ich habe leider keine Lösung dafür. Brudi, vielleicht... Du kannst uns mal im Discord fragen. Vielleicht hat jemand anders, äh, schon solche Erfahrungen damit gemacht. Bei mir hat es relativ anstandslos funktioniert. Wie ist eigentlich eure Expedition gelaufen? Ist die Rakete umgekippt oder seid ihr heil zurückgekommen? Ähm, gerade eben so atmospheric sind wir bei... Äh, Entschuldigung. Äh, zack. Zack, wieder umgekippt. Das scheint ja oft zu passieren, ne? Muss mal gucken. Vielleicht braucht man mehr Körbels, die teilnehmen? Ich weiß es nicht. So, wir brauchen noch... Jetzt höre ich kurz raus. Wir brauchen auf jeden Fall noch, äh, Stromerzeugung. Da würde ich jetzt einfach mal einen Rundum-Ansatz gehen, weil wir die Bauteile haben. Ähm, so dass wir da nicht in irgendwelche komischen Situationen kommen. So, die Shield war hier drunter, ne? Ja, ja. Sehr gut. Das haben wir. Aber wir haben trotzdem die Punkte bekommen. Nee, die Punkte bekommen dann nur diejenigen, die überleben. Die Hälfte der Körbels. Also, wenn die Rakete umkippt, ist es so, dass quasi, wenn ihr... Ihr müsst euch das so vorstellen, die Mission ist zu Ende, ihr kommt an, die Rakete ist gelandet, dann steigt ihr aus und die Hälfte, die zuerst aussteigt, wird von der umkippenden Rakete erschlagen. Die kriegen auch keine Punkte. Und diejenigen, die Glück hatten, die noch in der Rakete saßen, die haben das dann überstanden. Genau, Bruder, für die Fab ist eigentlich, da gibt's so ein Mod, das hat hier so, so, so Pfeile quasi. Damit kannst du das umschalten, dass du im Freien draußen baust, weil das ist bekannt dafür, du brauchst auch genau dieses Mod aus der Liste. Aber ich vergramm jetzt gerade nicht, wie das heißt. Irgendwas mit Extender oder so. Irgendwas mit Extender. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hey, moin Nachtschicht. Und kein Grund, sich zu entschuldigen. Also Nachtschicht schreibt gerade, dass er sich entschuldigen wollte, dass er gestern nach dem Husten nicht Hallo gesagt hat. Ja, die Kleine hat gespuckt, das kann ich total verstehen. Also, ich kann das nicht total, total verstehen, weil ich selber ja keine Kinder habe. Aber ich kann total verstehen, dass das wichtiger ist. Also, auch auf einer nicht direkt nachvollziehenden Ebene kann ich das auf der Empathieebene sehr gut nachvollziehen. Und dafür musst du dich überhaupt nicht entschuldigen. Im Gegenteil, vielen lieben Dank nochmal für den Raid gestern. Schrägstrich Host. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, ein paar von deinen Zuschauern konnten mit dem raketenlastigen Content was anfangen, weil die Feuerbälle bei uns ja aus den Triebwerken rauskommen. Das ist ja ein bisschen anders, als das, was du üblicherweise machst. Genau. Vielen lieben Dank. Und no need, no need for excuses. So. Zack. Okay. Und ich würde sagen, wir nehmen die großen Booster, einfach weil wir es können. Ich glaube, es ist schon wieder völlig drüber, was ich baue. Aber ist egal. Sieht hübsch aus. So, ich gucke mal kurz. Tante Wacke umsagt knappe 5000 Meter pro Sekunde. Das wird wohl knapp reichen. Ich würde sagen, wir machen hier triebwerkstechnisch mal den Deckel zu. Jetzt haben wir aber noch so ein bisschen Dinge, haben wir noch irgendwas zu testen von den Aufträgen her? Ich überlege gerade, ob wir noch mal gucken, ob wir ein Touri für ein Erdorbit, also Erdkörbenorbit haben. Tatsächlich. Weil wir hätten noch einen Sitzplatz frei, wenn wir jetzt die Rettungsmission fliegen. Dann könnten wir nebenbei noch ein bisschen Kohle optimiert unterwegs sein. Oh, ich muss noch die Flügel vergessen. Feuer ist Feuer. Ja, der einzige Unterschied ist, wir müssen bei uns keine Zaubersprüche aufsagen. Wir müssen chemische Formeln verwenden. Was aber, wenn man es mal richtig zu Ende denkt, ja quasi auch same shit im Wissenschaftsbereich ist. Angefangen hat es mal mit Alchemie. Das war ja auch irgendwie Zaubern. So. Zack. Rakete mit Abstecher nach Juhl. Na, das hoffe ich nicht. Ich gehe jetzt mal gucken. Das wäre nämlich eigentlich eine super Chance, so eine, ich sag mal, Dual-Use-Missionen draus zu machen. Wo man sagt, hey, wir retten jetzt den Neo. Bring one tourist to low carbon orbit. Hervorragend. Das ist ja wie für mich gemacht. Zack. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Oder die, ich weiß es nicht. So. Moin, fällt hier. Der Neo ist nicht mehr zu retten. Was? Schönen guten Abend, Bar zockte. Jetzt kommen sie alle reingestromert. Schönen guten Abend, Crazy Day. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Pilot und wir brauchen natürlich einen Touri. Und dann haben wir noch einen Platz frei für den Kollegen, den es zu retten gilt. Tourist to Kerbel LKO können wir eigentlich so lassen. Das ist einfach nur die modernisierte Variante. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich mein Staging sauber habe. Und wir auf jeden Fall mit einer angemessenen Menge an Schub starten, weil gerade wenn wir Touris mit dabei haben, wollen wir die nicht zu Pfandkuchen verarbeiten. Die sind nicht so austrainiert. 1, 4, 8 ist super. Das ist eine schöne Konfiguration. Dann können wir gut fliegen. Zack, Booster weg. Zack, nächstes Triebwerk. Also, wir haben nur eine Upper Stage. Aber wir haben 4600 Touri pro Sekunde. Das sollte locker reichen. Lock her. Ich gebe nicht auf. Ich glaube an den Neo. Genau. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und moin, Torsch am Mann. Dankeschön. Zack. Und los geht's. Los geht's. Los geht's. Launch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber. Näh. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Wir haben eine Solarpaneele. Antenne brauchen wir nicht. Das Science-Tock müssen wir halt von Hand einsammeln. Aber das ist nicht so wild. Larsel hat eine nicht so vorteilhafte Frisur. Aber Jebediah sieht heute auch so ein bisschen aus wie 20er Jahre. Gut. Dann gucken wir noch mal, wo. Haben wir die Mission angenommen? Da ist er. Ach du Heilige. Deshalb ist er auch so teuer. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt raus. Das ist ja hinterm. Hinterm Mondorbit. Okay. Recoveren das mal ganz kurz. Wir brauchen ein bisschen mehr Bums noch. Einfach sicherheitshalber. Damit wir den auch wirklich erreichen. Daraus auf den. Aber auf die Orbit-Höhe. Ah, das wird uns ein bisschen was kosten. Und da nur 1000 zu haben, ist mir ein bisschen. Das ist mir ein bisschen zu knapp. Das ist mir ein bisschen zu knapp. Wir sind jetzt bei 4600. Wir brauchen 3,5 in Orbit hoch. Ungefähr. Wir brauchen 1000 sind der Schuss zum Mond. Das ist aber noch nicht die Zirkularisierung. Also da fehlt ein bisschen was. Da würde ich sagen, bauen wir uns noch eine Stage ein. Und zwar hier drunter. Zack. Äh, rp. Um da einmal der Raketengleichung etwas nachzuhelfen. Und wir machen das halt immer so. Und dann aber auch nochmal ein Terrier drunter. So. Zack. Ich autostrate jetzt mal ein bisschen noch. Einfach um sicher zu gehen, dass das hier nicht total rumwobbelt. So. Du solltest jetzt noch nicht angehen. Du solltest jetzt angehen. Du solltest dort irgendwann von uns wegfliegen. Und du solltest mit dem hier arbeiten. Okay. Ich glaube, so wird das ein bisschen machbarer. Ich hoffe, es reicht. Muss mal sehen. Probieren wir es, würde ich sagen. Neuer Anlauf. Jebediah und Lars sind am Start. Dann los. So müsste es aber eigentlich ein bisschen besser hinhauen. Vor allen Dingen hat er auch noch eine ganz gute Inklination. Die Rakete wieder umkippt. Ja, ich muss sonst mal gucken, ob da noch irgendwas komisch eingestellt ist. Gestern ist sie verdächtig oft umgekippt. Aber da geht es ja auch schon mal los. Ich habe keine Ahnung, wie da die Verteilung ist. So. Zack. Also wir sind ganz gut am Orbit unterwegs und kreuzen auch gerade. Die Inklination sieht für mich ein bisschen aus nach 10 und ein bisschen Grad. Ich trinke heute eine leckere Mio Mio Mate. So. Ich habe mich ein bisschen mit diesem Mio Mio Ginger, also, wie heißt das, Ingwer Zeug angefixt. So. Hat es geklappt? Oh, schon wieder die Hälfte, die Hälfte draufgegangen. Wenn nicht, also, im Moment scheint das so immer so eine 50-50 Chance zu sein, dass man erschlagen wird oder nicht. Wem das zu risikoreich ist, tut es einfach nicht. Ich gucke mir das nochmal an, warum das bisher noch nicht geklappt hat. So, das ist an, an, an. Ich würde sagen... Achso, shitty. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt. 1,35 ist okay. Wir fliegen jetzt erstmal in Orbit hoch. Und ich würde eine leichte Inklination mit einbauen. In den, in den, in den Flut. Damit wir, hoffentlich... Oh, das klingt ja schon ein bisschen komisch, ne? Komisch meine ich nicht lustig. Warum steuert der so blöd über die Kanten? Verstehe ich gerade nicht. Na gut, machen wir gleich. So. 1,9. Aber wir sind ein bisschen zu steil. Also, zu, zu stark in den Inklinationen unterwegs. Aber wir gucken mal. So, Solid Firm ist gleich empty. So, schon durch. Und now. Da kam jetzt der Rest of the Rocket. Oh, wie sieht es mit Habitation in Essen aus? Also, eigentlich... Wir müssen uns halt beeilen, ne? Wir müssen gleich mal gucken, wie unser, wie unsere Inklination zu dem guten Menschen da so aussieht. Viel zu hoch. Oh, shitty, ey. Wir müssen deutlich flacher fliegen. Huch. Ich weiß, der ist gerade gegen meinen Fehler. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir ihn als Ziel setzen. Achso, Ziel haben wir ihn ja schon. Und unseren Descending-Node ein bisschen sauberer bekommen. 30 Grad im Moment noch. Das wird hoffentlich gleich noch. Das kann natürlich sein, dass wir die einfach vergessen haben. Dun, dun, dun! Dun, dun... So, ich glaube wir sind ganz gut unterwegs, ich bin mir nicht sicher ob diese Diese ganze nummer hier Sprittechnisch ausreicht, aber das werden wir gleich rausfinden Justi, vielen Dank fürs Follow, ganz herzlich Willkommen bei den Körbonauten Wenige Meter pro Sekunde zum verfliegen Jetzt mal anfangen noch ein bisschen mehr auf die 90 Grad runter zu kommen Wie lange wir das noch können Währenddessen Machen wir den Orbit schon mal fertig Ich glaube es wäre effizienter gewesen den 90 Grad Orbit zu starten und es dann anzupassen Aber so ist das jetzt halt Und erstmal aus So, wir müssen ein bisschen was ausgleichen, aber das machen wir gleich Ich überlege gerade wie wir es machen Was wäre wenn Was wäre wenn wir hier im nächsten Durchlauf starten Also wir haben jetzt einen sehr schnellen Orbit Den jetzt einfach nehmen Und in der nächsten Runde uns rausschießen Reicht das oder ist das schon zu knapp Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das So weit, okay Alles klar Aber wie viel Zeit ungefähr Um da rauszukommen Zwei Tage Oh Shit Doch so lange Das ist halt weit hinter dem Mond No? Oh Ich glaube, wir ballern jetzt erstmal den Orbit ein Stück weit hoch, damit ich einen Node habe, einen Descending Node, an dem ich sehr effizient die Inklination anpassen kann. Das heißt, wir packen jetzt den Orbit wirklich erstmal nach oben ein Stück. Das wird knapp, ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt versuchen sollte. Allein der Schuss nach draußen. 100, das wird geschmeidig insgesamt. Okay, schauen wir mal, würde ich sagen. Los geht's. Also, was ich jetzt mache, ist, ich schiebe jetzt den Descending Node nach draußen, damit ich gleich für die Inklinationsanpassung ein bisschen weniger Sprit verbrauche. Und deshalb hilft, da hilft es enorm, den schon mal weit draußen zu haben, weil man weniger Schwerkrafteinfluss von Körben hat. So, jetzt gucken wir mal, ob ich mich damit schon wohl genug fühle. Vielleicht. Geh noch ein bisschen raus, zack, das reicht. So, jetzt haben wir noch 910 Meter pro Sekunde. Jetzt schauen wir mal, wie teuer es hier draußen ist, die Inklationsanpassung zu machen. Ich markiere mir die hier mal. Ob wir noch weiter raus müssen, oder ob das schon irgendwie halbwegs EU ist. 20 Grad ist halt einfach nicht viel, ne? Brauchen wir mal ein bisschen mehr als eine Stunde. Okay, ja, ich glaube, das machen wir erst mal. Dann haben wir noch 600 und ein bisschen. Eieieieiei. Na, mal gucken. So, auf der Jetpack-Ebene wird das schon irgendwie funktionieren. Also, ich glaube, wir werden nicht anpassen können mit einer kompletten Zirkularisierung. Alter, war das wieder bei einer knappen... Ach nee, ich habe ja automatisch ausgefahren, allerdings. Alles gut, deshalb ist es nicht knapp geworden. Weil es mir egal sein kann. Verbindungssteckdosen, die müssten bei USI mit drin sein. Die müssten eigentlich bei USI mit drin sein. So, das ist die Anpassung. Dann sind wir in zwei, drei Stunden wieder auf der Periopsis. Die ist auch schon ein bisschen nach vorne ausgerichtet. Ich glaube, dass das gar nicht so schlecht wird, dass der Schuss dann auch relativ gut sitzen könnte. Vielleicht muss man ein bisschen weiter hier rüber. Aber schauen wir gleich mal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es Delta-V-mäßig noch reicht. Weil wenn ich die Periopsis unten lassen kann... Meine Überlegung ist jetzt gerade, tatsächlich einfach nur kurz hier oben Rendezvous zu provozieren, auszusteigen, rüber zu jetpacken, einzusteigen. Und dann nur noch die Periopsis wieder abzusinken. Aber schauen wir mal, ob mein Plan so funktioniert. Noch ist es eine nette Touristik-Mission, die halbwegs kostendeckend arbeitet. Halbwegs. Hoffen wir, dass wir es zu einem durchschlagenden Erfolg machen können. Zack. Ich will gerne ein Manöver anlegen. Guess what? So, wie gut ist es? Sehr gut sogar. Bisschen noch rüber, aber im Großen und Ganzen IO. Ach du scheiße, 300 Meter pro Sekunde. Das ist ordentlich. Da müssen wir richtig gut aufs Jetpack draufhacken, aber es geht. Das ist machbar. Das ist machbar und es kostet uns nur 187 Meter pro Sekunde. So, jetzt müssen wir hier nur noch in eine Intersektion kommen, die uns nah genug ranbringt. Jetzt können wir doch mal hier dieses tolle Manöver-Editions-Ding machen, oder? Was ist, wenn ich das eine Minute später mache? Nein, 5 Minuten. Was? Das ist jetzt passiert. Oh nein. Irgendwas komisch. Okay, äh, das war zu spät, scheinbar. Genau, denkt bitte daran, dass die Mähe-Expedition einen Cooldown hat. So, wir sind jetzt. Und jetzt. Okay, ein bisschen mehr. Das ist jetzt ein bisschen später. Zack. Und noch ein bisschen später. Und noch ein bisschen später. Wir kriegen den Winkel schon noch gut getroffen. Hier habe ich mal überreagiert, ne? So. Ich schaue gleich. Ich möchte kurz mal... Mein Manöver fertig. Entschuldig. Wir müssen in der Lage noch fallen. 7 wir machen das gleich noch mit kurs okay erster anlauf so torschrauben vielen dank für wie viel war es denn insgesamt 600 bits dankeschön und prost erstmal so zack dann können wir das jetzt fliegen relative speed 302 meter okay wir müssen noch ein bisschen näher ran aber das ist dann auch überschaubar gefährlich glaube ich so das heißt wir korrigieren dann noch mal mit kurs unseren anflug dass wir dann halt rankommen auf weniger als zweieinhalb kilometer so wir müssen noch ein bisschen kosten bevor unsere zeit für den burn gekommen ist burn time sind auch nur 13 sekunden das sieht gut aus weil wenn wir das so hinbekommen dann können wir sowohl den körper retten als auch wieder eintritt fliegen und haben sogar noch ein bisschen sprit zum bremsen für den wiedereintritt dass es nicht schlimmer wird als ein rückflug vom moon oder irgendwas in die richtung sogar noch ein bisschen bisschen entspannter jetzt aber erstmal zu den augen so soviel dazu muss man ganz kurz gucken ob irgendwas sich in den soundsettings vertan hat ist einfach wirklich sehr leise so ist das close resume flight so jetzt können wir jetzt machen wir das hier so also müssen wir auf jeden fall nah genug ran das ist schon mal wichtig sonst kriegen wir den körper nicht aktiviert das sieht sehr gut aus das sieht sehr gut aus noch ein meter 600 400 so 100 meter vorbei flug ich glaube das ist ganz gut machbar das heißt wir können uns dahin begeben und werden jetzt mal dann ganz vorsichtig dieses manöver fliegen also ich konfiguriert gleich das triebwerk massiv runter dass wir das so exakt wie möglich geflogen bekommen und dann schauen wir mal dann schauen wir mal das ist dann zwar so eine ziemliche auf biegen und brechen aktion aber es sollte machbar sein tatsächlich das ist eine wirklich winzige korrektur wir versuchen sie so gut wie möglich zu fliegen mal sehen wie das so klappt wir haben ja die möglichkeit nochmal nach zu korrigieren von daher ist das alles kein riesen drama ok mal gucken was draus geworden ist 8 kilometer ok wenn ich jetzt hier lang fliege jetzt weniger noch ok also ich korrigiere jetzt am offenen herzen 100 meter sehr schön ok jetzt dürfen wir echt nichts schlimmes mehr tun ok lasel will auch nur noch recovered werden sehr schön dann heißt das wir haben jetzt ein encounter mit dem kärchen in einem tag und fünf stunden wie geht es unsere habitation ist ok und dann sind wir wir dürfen nicht viel ändern an den orbit parametern sind wir zurück an kirbin in vier tagen das haut alles noch hin also auch die habitation haut hin das heißt wir müssen jetzt wie viel unterschied haben wir 302 meter pro sekunde das ist alles mit dem jetpack gelösbar man muss vergessen ich habe die solarpaneele im strom drin alles sieht gut aus ok dann lasst uns hier hin warpen jetzt wird es spannend so wir haben noch zwei stunden bis hier hin noch ist zeit das problem ist wir können halt erst sehr spät rausspringen mit dem jetpack weil wir vorher das raumschiff hier nicht aktiviert bekommen also dieses hier das bekommen wir erst aktiviert wenn wir ich glaube die drei kilometer werden zu unterflogen oder die zweieinhalb kilometer werden zu unterflogen haben vorher wird das nix und dann müssen wir halt richtig in die hacken in tear hauen weil wir werden naja dreieinhalb meter pro sekunde das könnt ihr mal kurz durchrechnen was das bedeutet in terms of zweieinhalb kilometer abarbeiten das wird sehr schnell gehen also wir müssen quasi raus springen und fliegen und dann probieren möglichst schnell die das ding hier als ziel zu erfassen so thank you one vielen lieben dank für den host jetzt kommt der spannende part jetzt seht ihr eine sehr sehr schnelle annäherung jetzt nehmen wir mal den zeitraffer raus wir haben noch fünf minuten also ich gehe jetzt mit dem zeitraffer runter ganz raus noch nicht 90 kilometer and counting ihr seht das geht sehr sehr schnell jetzt so jetzt schon mal die schultern lockern fürs jetpacken jetzt wird es spannend mal gucken lange nicht mehr so einen wilden jetpack stunt abgezogen so minute noch ok ich versuche es so schnell wie möglich umzuschalten sobald ich ihn in entfernung habe deshalb gehe ich jetzt auch schon mal aus dem zeitraffer raus wir gehen hier auf jeden fall retro target damit wir vorbereitet sind das ist nämlich so unsere emergency aktion aber erst brenne ich das jetpack leer damit ich danach nur noch weil das fuel ist wirklich wichtig mit dem müssen wir nach hause kommen wieder das jetpack ist hoffentlich ausreichend so dass wir gar nichts von dem fuel brauchen wenn doch werden wir es erst nachher benutzen weil mit jedem meter pro sekunde den wir jetzt hier rein bremsen den müssen wir wieder zurück bremsen um wieder eintritt zu erlangen wir haben momentan eine sehr günstige periopsis mit der wir sehr einfach arbeiten können von daher aus chico ah toa ne ich will ich will erst das jetpack nehmen und dann den treibstoff weil der treibstoff halt einfach jebediah und lasel ähm hilft während das jetpack nur für hagan thema ist so jetzt müsste jeden moment komm schon komm schon ok raus mit dir raus mit dir raus mit dir komm laden 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 und los gehts los gehts los gehts los gehts los gehts wir sind unterwegs wir sind unterwegs das wird und warum hat er seinen netball verloren was ist denn jetzt los ah ich kann ihn nicht mehr steuern oder was oh das ist ja mistig das ist ja richtig mistig ah ärgerlich wow man verliert die steuerung über ihn wenn das andere ding wieder aus dem links raus ist das ist nicht fair finde ich das ist richtig nicht fair das ist richtig nicht fair das wird spannend und so mal gucken dass wir ihn möglichst bald ach die scheiße ey der ist halt in einem ganz anderen orbit ne hier kriegen wir ihn nochmal ok in einer stunde und fünf ich weiß nicht wie lange sein jetpack hält 58 minuten keine option also wir müssen das näher ran ziehen das heißt wir müssen mehr beschleunigen ok ok der ist jetzt zwar weggesprungen aber eigentlich sollte das passen wir hatten hier im encounter was angezeigt worden ist ok komm ach shitty warum habe ich das mit ihm gemacht knows ich muss näher an ihn ran das wird keine große riddungsaktion das klappt jetzt entweder oder es wird richtig verheerend so das sieht schon mal ganz gut aus jetzt muss ich nochmal kurz die richtung anpassen dass wir wirklich nah ran kommen und dann müssen wir den guten mann einbremsen zeitnah das ist noch nicht zu ende so damit kriegen wir einen guten vorbeiflug 46 meter pro sekunde ist auch ok und wir haben noch 56 minuten e verteilen das ist IO würde ich sagen das ist relativ IO so jetzt gleich mal gucken müssen wir mit dem treibstoff umgehen aber das ist so ein sekundär problem sage ich mal die wir uns gleich beschäftigen müssen ok erstmal zeitraffer an ah das ist ärgerlich dass man die kontrolle wieder verliert ich dachte die sind aktiviert und ähm zack so hier ist der retro button da ist der retro button nur einmal anpassen chippack view ist ok ach komm camera free thank you for nothing so da ist die rakete sieht gut aus wir haben ihn und das ist ein bergbauarbeiter ich weiß es nicht genau mal gucken geologist geologie ein geologe automatische discord kommt ich glaube das war mein lustiger gedankengang ich habe gedacht das wäre total ausreichend ähm nur den automatischen discord zu haben weil dann weiß man das ja immer wieder ja tatsächlich war es aber glaube ich keine ganz falsche idee auch noch das kommando zu haben so herr spanke habe ich dir eigentlich vorhin schon hallo gesagt ich habe das irgendwie nur so aus dem augenwinkel während dem fliegen gerade mitbekommen dass du aufgeschlagen bist in diesem sinne hallo erstmal und rahmen herz vielen dank fürs follow dass wir die ganzen sachen nachholen die ich verplant habe vor lauter rumgefliege so lasst uns lasst uns andocken so sehr schön der ist irgendwie leider wie machen wir das jetzt wie machen wir denn das äh platzmäßig let it go let it go so direkt wieder der nächste copyright strike ähm wir machen das jetzt folgendermaßen ich gehe mit ihm kurz raus dass der andere nach hinten durchrutschen kann erstmal dann schauen wir mal so bitteschön guten tag wir haben nicht so viele türen angebaut und die kapsel ist für fette leute nicht so geeignet man kann sich da nur einzeln durchschieben also die sind natürlich alle sehr durchtrainiert aber ihr wisst ja auch Raumanzügen und so zack wie wärs wenn du hier bleibst rein coole maßnahmen mäßig so Hager & Kermin was added so und jetzt kann sich Jebediah da auch wieder rein zwingen gleich zumindest nachdem wir den lieben Hager einmal für Cootransfer nach hinten verschoben haben kannst du hier nämlich wieder an Bord gehen so jetzt müssen wir mal gucken letzten Endes ich muss eigentlich jetzt bremsen ich hab äh gar nicht die Wahl großartig ähm jetzt müssen wir mal gucken wie gut oder schlecht das noch wird mit meinen 130 Metern pro Sekunde Traritrara so ja das ist vielleicht ein bisschen arg bald eine Minute eine Sekunde hey mal gucken normalerweise wenn man weit oben ist kann man relativ viel aus relativ wenig Sprit rausholen ich weiß nicht ob es in diesem Fall reicht nein tut es auf gar keinen Fall jetzt ist die Frage wie viel Delta wie fehlen uns eine ganze Menge muss ich sagen eine richtig große Menge Aja wenn ich nicht richtig groß meine meine ich so richtig groß 115 fehlen uns ja ja die experimente habe ich im hinterkopf sind aber gerade nicht so meine hauptsorge ehrlich gesagt herzlichen glückwunsch ja gut wir können direkt mal schon mal retro grad gehen und dann müssen wir uns was überlegen ja das problem ist dass diese manöver folge es nicht einfacher machen wird weil selbst wenn ich jetzt sage ich gehe hier radial out und ziehe mir die apo rüber ich bin zu lange unterwegs mich frisst die zeit auf mit der habitation ich muss jetzt was machen das ist das klassische anschieben manöver hilft alles nix weil ich muss jetzt zurück ich habe nur noch sieben tage habitation und in sieben tagen verweigern mir die kürbels die arbeit deshalb muss ich jetzt was machen das ist nicht ideal und das reicht nicht ganz aber es ist halt besser als nix eine rettungsmission für die rettungsmission nee ich glaube noch brauchen wir keine rettungsmission ich glaube wir kriegen das ganz gut gelöst ich bin mir noch nicht sicher wie rum wir es machen alles gut deshalb sage ich es ja also deine idee ist völlig valide weil wenn ich jetzt die volle zeit gehabt hätte hätte ich auch gesagt ich gehe zumindest mal auf die apo abs ist hoch und mache es von da weil da ist es einfach am effizientesten also die war eben aber noch hier drüben irgendwo das sind aber dann irgendwie acht neun zehn elf zwölf tage muss doch zweit das nehmen wir mit weil wir das zeug gleich von uns werfen werden nehmen wir jetzt noch mal alles mit was irgendwie sinn macht oh shit wisst du was mir gerade auffällt wir haben ein ganz großes problem die solarzellen sind unten angebaut und ich habe keinen und die batterie ist auch hier unten drin wir müssen mit der gesamtrakete arbeiten tatsächlich IGIT 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 wir müssen jetzt mal schauen wie gut das wird IGIT 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 Ähm darum geht es mir nicht Torschramme es geht mir darum dass ich eigentlich das Gewicht reduzieren wollte indem ich hier die kappe aber ich denke ich werde das dran lassen müssen weil unsere batterie und unsere solarpaneele auf dieser ebene liegen jetzt muss man mal gucken wie gut wir das hinbekommen also der gute mann hier muss mal kurz platz machen dann kann dieser gute mann hier per crewtransfer ich glaube hagan wird unser schiebesklave werden weil jebediah das manöver halten muss das wird richtig das wird werden ein paar touren werden glaube ich das problem ist ich rettungsraumschiff hier hin wird tricky wir machen jetzt mal eine rucksack tour oh das wird uns fehlen echt viele delta wie ich überlege gerade ob es nicht so macht hier eine rettungsmission tatsächlich hinzubringen muss das mal kurz angucken also wir sind jetzt bei 5700 kilometer periopsis und die wollen wir jetzt natürlich senken jebediah hält den kurs der rakete ich beginne zu schieben das ist halt die kombination ja ich habe weder werkzeug noch ein ingenieur mit dabei also ich verstehe eure ansätze aber glaubt mir ich habe drüber nachgedacht so naja es bewegt sich sagen wir es mal so die periopsis höhe es bewegt sich na gut genau truster plus tank ne den tank kann ich den einen tank kann ich abnehmen ja das ist so das stimmt schon das ist was wir noch machen können aber es ist halt auch danach ist halt feierabend ne das können wir noch ein bisschen sparen das ist ein paar gramm wenigstens eine halbe tonne für das triebwerk und ähm naja ein paar ein paar kilogramm bis also für den tank ich überlege gerade wie wir das lösen weil das ist nicht sinnvoll so drei tage na doch es muss so ich komme nicht rechtzeitig hin das ist mein großes problem und ich krieg den turi also mein hauptproblem ist dass ich den turi nicht extrahiert bekomme doch für fliegende rettungs müssen das macht so überhaupt keinen sinn ich werde wahnsinnig wenn wir das alles runter schieben gebt euch das mal ne ne ja freunde rettungsmission würde ich sagen ne rettungsmission ähm jetzt müssen wir nochmal gucken wie wir die gestalten ne Ja, die müssen jetzt kurz durchhalten, das ist ärgerlich, aber es ist halt so. So, wir zum Thema, wir fliegen heute zum Mond, auch schon wieder alles nur Lügen, alles nur Lügen. So, Thor, ich habe es mir jetzt eine ganze Weile angeguckt, es ist okay ab und zu was zu sagen, aber ich fände es cool, auf dem Niveau zu bleiben, wo ich das Spiel spielen kann. Wie gesagt, ich bin nicht völlig gegen Backseat Gaming, aber so irgendwie mir jeden Schritt hinzulegen, da stehe ich nicht ganz so drauf. Wenn wir uns da irgendwo in der Mitte treffen können, das wäre echt cool. Danke dir. So, jetzt gehen wir zum Space Center zurück und ich glaube, ich werde zwei Leute mitnehmen, Pilot und Ingenieur. und denen irgendwie eine Triebwerksstufe mitbringen oder sowas, dass wir die anbauen können. Oder wir docken und nehmen sie rüber, aber dann wird die Rakete so groß. Was geben unsere Bauteile her, was geben unsere Bauteile her? Moin der Kroken, 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 Squishper, vielen Dank fürs Follow, irgendwie euch das auch verpennt. Wie machen wir das denn? Oder wir machen es in der Probecom gesteuert, das ist mir ein bisschen zu riskant mit meinem Profi-Satelliten-Netzwerk. Wir haben ja mittlerweile total professionelle Payload-Dinger, ne? Ja, wir könnten doch... Wir könnten mal so einen Teil nehmen. Überleber, vielen Dank für den nächsten Sub. Im dritten Monat. So, wenn wir sagen, hier, zack, zack. So, da ist eh kein Monoprop drin, oder ne? Okay. Der hat Ablater... Mh... Wie bauen wir es? Das ist das Kleine, das ist der Richtige. Den wollte ich eh schon länger mal kaufen. Dann haben wir ein Reaction-Wheel. So. Jetzt brauchen wir Strom. Strom könnten wir allerdings... Achso. Vielleicht machen wir hier noch... Wie viel Strom könntest du speichern? 50. Mh... 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 20er Blätter ist ein bisschen dünn, ne? Das Ding ist nicht dafür gedacht, aus so einer hohen Umlaufbahn zurückzukehren. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall abbremsen. So. Mh... 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 Man kann die EVA an die Dinger, ne? Ich glaube, das war okay. So. Wir nehmen... Wir nehmen... Mh... Mh... Ich nehme tatsächlich das Ding hier mit. Zack. Double head. Mh... Mh... Ah... Das ist eigentlich auch übertrieben. Mh... Mh... ich habe noch keine große batterie das ist so ein bisschen kann ich scalen dann so so dann nehmen wir die und das ist jetzt meine reine rückkehrstufe also das brauche ich nachher ja wahrscheinlich brauche ich nicht ganz so viel vielleicht kann man das ein bisschen geschmeidiger machen von der größe damit ich den weg zurück nach körpern hinkriege so 1165 das sollte ganz gut passen dass wir uns runter bremsen können also das brauchen wir auf jeden fall um zurück nach hause zu kommen und diesmal bin ich auch nicht ganz so dumm vielleicht diesmal packe ich mir meine solarpaneele hier ran so jetzt jetzt kommt einsatzgebiete mission also wir brauchen auf jeden fall auf dieser stage tja wie soll ich sagen wir brauchen irgendwas wo wir kram reinpacken können ich weiß nicht ob der ist der unsere größe ich glaube der ist eins größer oder inline microcontainer 100 ich probier es mal sehr gut Inventory 800 liter das sieht ja so schlecht schon mal nicht aus wir brauchen auf jeden fall werkzeug warum gibt das ding immer oben das weiß ich noch nicht muss das spiel noch mal angucken habe ich ja schon gesagt wenn ihr das risiko nicht gehen wollt im moment also risiko wird immer dabei sein eigentlich gibt es drei ergebnisse quasi aber es scheint immer nur das eine zu kommen das ist dann in so einer 50 50 situation ich habe noch keine docking ports oh nein ich habe noch gar keine docking ports meine rettungsidee beruhte auf docking ports cool not wait shitty warum habe ich denn noch gar keine docking ports was denn los okay wow das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher ne oh fuck kriegen wir das gelöst ich bin technologisch nicht auf eine rettungsmission vorbereitet ehrlich gesagt ich habe mir die also eine hohe Ich habe den Antrieb abgebaut. Das Anschiebeding ist tatsächlich vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ich habe den Antrieb abgebaut. Lass uns mal was probieren. Was wäre, wenn... Vielleicht ist es doch eher der hier. Was wäre, wenn... Das ist die Fall schon dran. Das passt natürlich nicht. und da oben dran willst du es halt auch nicht haben doch wir können es ja abbauen später stimmt wir können es ja abbauen das ist ja alles eigentlich total super wir müssen nur aufpassen dass wir noch eine eva machen können richtig so wir starten mit den schlechtesten landebeinen der welt und können die dann hochklappen und ausfahren um sie zu schieben so jetzt müssen wir noch mal gucken so müsste das eigentlich ganz gut innerhalb von so einem tank liegen also wir haben ja als ende quasi hier so einen tank das sollen keine beine sein aber ja fast fast gut ich glaube tatsächlich das könnt ihr hauen grüße aus washington ich glaube wir probieren das jetzt einfach mal ich glaube wir probieren das so zack war das jetzt zweieinhalb ne 1,87 hervorragend ich wusste die ich nicht wollte naja das ist egal mitverring so so was wir haben strom so wir haben strom wir haben wir haben ein fallschirm wir haben ablater an dem ding dran wir haben genug sprit um zurückzukehren das ist auf jeden fall schon mal unsere rakete tm ja vielleicht machen wir das ein bisschen weiter runter damit wir das nachher noch loswerden können das macht total sinn das nicht mit zu schleppen so dann brauchen wir zum anschieben naja wir müssen halt noch eine rakete anschieben also wahrscheinlich mal noch so nen tank ne würde ja nix helfen also damit müssen wir auf jeden fall ankommen ungefähr ich meine das in dem vakuum 1.200 für uns wahrscheinlich 5,600 reicht das? ich frage es echt ob das reicht ne tanknups ist ja ich hab da ein bisschen schiss dass das auch wieder irgendwie wenn ich damit beginne zu schieben wilde kraken sachen auslöst das ist so ein bisschen meine befürchtung ehrlich gesagt ich glaube ich glaube ich nehme großen tanknup einfach ich will nicht noch also wenn ich jetzt noch ne rettungsmission schicken muss komme ich langsam in echt große probleme so das wird unser rettungscraft zack aieieieieiei freunde da haben wir uns ja wieder was eingebrockt ich hoffe ich krieg das ding so groß gebaut also hashtag fairing das sieht gut aus ich hoffe jetzt kommen wir auch mit dem rest der rakete gut genug klar so jetzt müssen wir das ding natürlich noch irgendwie dahin bekommen da werden wir jetzt auch richtig übertreiben ich weiß leider nicht welche bauteile was sind jetzt müssen wir mal freischalten aber das sieht gut aus ja richtige größe getroffen äh dann nehmen wir uns den völlig übertriebenen roccomax hier als upper stage und packen da ein pudel ran jetzt ist es soweit völliges geld ausgeben haben wir schon die kapitel in der größe haben wir jetzt ist der tag der großen raketen gekommen gleich sprengt mich irgendein gewichtslimit wetten höhe vielleicht vielleicht sprengt mich die höhe eigentlich eigentlich müssten wir durchkommen damit eigentlich müssten wir durchkommen wenn es das spiel nicht mitbekommt wir sind gewichtsmäßig noch io wir haben auf der größe bisher nur den skipper ne ups toller spaß hast du strategie frei für die schweren longschlisten ne müsste ich erst upgraden die kohle will ich gerade nicht ausgeben so wir sind delta v mäßig auf c level äh naja delta v mäßig sieht es echt gut aus also stahl gut kann man auf jeden fall so fliegen ähm jetzt brauchen wir aber auf jeden fall noch richtig heftige booster und ich befürchte es wird auf die hier hinauslaufen ich bin mir nicht sicher ob es mein gewichtlimit her gewichtslimit her gibt was wegen die dinger 24 tonnen ich habe noch frei ja doch das würde knapp hinhauen zusammen 48 tonnen ich habe nicht ganz ich habe sieben sechs eher so 46 tonnen frei aber werden die auf jeden fall früher oder später eben brauchen nehmen wir ein bisschen sprit raus dann geht das schon Freunde das wird eine fürchterlich große rakete sagt die schon fürchterlich große rakete und die glücksflossen kommen auch gleich noch ja die kommen auch gleich noch eins nach dem anderen so zack dann die flossen aber dann müssen wir eigentlich doch gar nicht so ein hohes risiko gehen wenn ich eh nicht ingenieursmäßig arbeite mir fällt gerade noch was auf können wir doch ein bisschen anders arbeiten hier vorne weil dieses ding finde ich ich finde diese zwiebel ganz fürchterlich ich finde die zwiebel als dings wäre wenn wir nur mit einem fliegen was wir auch wirklich aus risikominimierungsgründen tun sollten dann lasst uns noch folgendes tun das senkt glaube ich auch nochmal das gewicht oder ja sehr schön ein gesenktes gewicht ist gutes gewicht zack dann hier den Heatschen dran gut Heatschen dran habe ich gesagt und dann können wir nämlich den hier vielleicht mal testen ob welche Höhe der muss aber vielleicht reicht das ja dann so reicht das ist jetzt aber natürlich nicht ist jetzt aber natürlich nicht wir müssen ja nicht ganz hoch und dann können wir die 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 ganz es klappt das ist gut wir müssen ja nicht ganz hoch jagen dann können wir die danach wieder abbauen können wir alles recht flexibel konfigurieren so dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Delta wie nochmal und sparen uns ein bisschen Gewicht, das heißt mehr Platz für Booster Treibstoff ja nicht trusten mit da, erstmal Treibstoff rausnehmen so das ist der kleinsten mögliche Schritt was jetzt mit den Beinen machen da möchte ich mit anschieben das ist jetzt sehr schwer zu erklären ich habe einfach vorher schon versagt das ist eine sehr wilde Rettungsmission danke für den Hinweis Vortier ne ich habe einfach, kann ich nicht verschieben die sind da festgepinnt, glaube ich kann man die verschieben man kann sie nur ein- und ausknicken aber ich habe da mal was vorbereitet voll gut, oder? ich muss endlich mal dran denken das auf Stream Deck zu legen und das auch wirklich ein bisschen öfter zu benutzen Beine in der Action Group ich weiß noch nicht, wie weit ich sie ausfahren will da muss doch zwei Kapseln landen, oder? ich muss auf jeden Fall zwei Kapseln landen das war immer mit dabei in der Kalkulation, ja zwei Kapseln ist definitiv das Game hier heute wie ein Cast-Settings kann ich es verschieben achso, oh ja, so kann man es auch machen einwandfrei erst mal gelöst beim nächsten Mal gucke ich dann mal, dass ich sie ein bisschen zurecht drücke äh, wir strutten nochmal hier im Saviest Part dann nehmen wir uns hier nochmal ein paar Landestützen Startbeinchen, was auch immer wie man es nennen möchte zack und dann fliegen wir dahin ok, wir haben jetzt über 9000 Delta V also ich muss eigentlich klarkommen sollten wir das nochmal richtig machen simultane Landung ne, das muss ich nicht weil diese Oberstufe extra nochmal Sprit hat, um anders zu agieren simultan muss ich sie nicht landen Gott sei Dank das wäre ganz fürchterlich so, Delta V ist cool Trust ist Mittel cool dann kommt das dann sind wir noch bei 081 das ist nicht so gut äh vielleicht sollten wir ein bisschen Trust Limiter rein machen dass wir ein bisschen windiger haben Trust in Tranquility Base here the eagle has landed Jungsan, vielen Dank für 22 Monate satt Dankeschön die zwei Jahre sind bald voll und ich hoffe, dass bald auch die ähm zwei Jahres Mission Batches kommen damit ich mal einen Blick drauf werfen kann wie die geworden sind ich warte noch auf einen Statusbericht so, dann haben wir hier 1, 2, 1 und hier dann 082 das ist nicht besonders gut das ist wirklich nicht besonders gut die brennt dann aber relativ lange also die wird sich hoffentlich entwickeln schubmäßig vielleicht machen wir es andersrum vielleicht sparen wir uns den Sprit hier um ins ist das besser dann können wir hier den Trust Limiter noch ein bisschen fahren so不是 Communication am dass Fourthlas 0 8 2 0 8 7 ganz ehrlich wir müssen gucken dass wir gut schwung haben das wird sich dann auch relativ schnell stabilisieren duty dann lasst es uns tun lasst es uns tun ja wie immer wenn es darum geht die kerle aus ihrem problem zu retten mit valentina ran müssen ja dann bringen wir es hinter uns oder und hoffen dass wir die nach hause bekommen in einem stück und keinen weiteren kerbel dabei umbringen das wäre echt bitter was ist da eigentlich passiert was ist eigentlich mit der cam los in der anderen szene ok ich korrigiere das mal ein andermal würde ich sagen holy shit hat sich die facecam einfach mal umgebracht und laut sagt dass nichts explodiert sagt es nicht explodiert zumindest noch nicht auf dem launchpad please zack zack wir wollen gerne dahin wie wir festgestellt haben ist es schon doch mehr mehr also ich werde ganz leicht man sieht es ja hier ein bisschen ganz ganz leicht nördlich gehen aber wirklich viel weniger ich habe mich da total vertan in diesem sinne valentina machen wir es draus ey lass mich jetzt nicht im stich strom haben wir antenne brauchen wir nicht go go so ich gehe jetzt erstmal ein bisschen steiler weil ich weiß dass gleich eine phase kommt in der ich mit einer sehr lausigen trust weight arbeiten muss ich hoffe dass das hinhaut ich hoffe innen stecke ich dass das hinhaut ich habe so das gefühl dass das nicht gut gehen wird muss ich ganz ehrlich sagen aber mal sehen mal sehen wie sich das fuel mäßig entwickelt wir haben erstmal ganz gut speed drauf wir sind jetzt bei 082 083 084 ok das ist nicht cool aber es arbeitet ich hoffe dass es nicht zu lange braucht um sich wirklich gut zu entwickeln ich probiere im parallel mal diese leichte korrektur nach norden beizudringen ich könnte nicht zu sehr durchsacken zu lassen ok wir haben gleich eine 1.0 trust weight das heißt wir sollten jetzt hoffentlich auch gleich wieder ein bisschen schneller werden und höhe gewinnen vor allen dingen auch keine schöne rakete ehrlich nicht ehrlich nicht so dirty turn ist naja es turnt so ne sagen wir einfach es turnt so ich halte ihn jetzt mal mit der nase ein bisschen oben wir brauchen echt höhe 1 1 just wait time to up ups ist nicht besonders hoch ich hoffe die kommt noch wir haben da noch relativ viel delta wie in der stufe drin aber ich brauche sie jetzt auch für ok er fängt gerade die time to up ups das sieht gut aus das heißt wir fangen jetzt hoffentlich auch gleich jawoll den vertical speed haben wir eingefangen wir gehen jetzt nach oben wieder mit der rakete das ist noch nicht besonders gut vom winkel her aber es hilft uns aus der atmosphäre raus zu kommen weil die nächste stage in der atmosphäre wäre verheerend da verlieren wir so viel leistung ok sie kommt kommt nicht besonders schnell aus dem quark aber sie kommt ich gehe jetzt ein bisschen flacher damit wir hier hoffentlich noch ein bisschen speed raus bekommen die höhe sieht gut aus wir kommen gleich auf die 50km Apoapsis ich glaube das ist ok wir machen schnelles fairing dann noch weg bevor wir auf die nächste stage gehen so keine schöne rakete kein schöner start aber es wird für unsere zwecke tun müssen und jetzt trägt sie uns denke ich mal relativ gut in den rest des orbits rein und wir haben viele delta wie wir haben viel delta wie das ist die hauptsache das war den miesen start wert finde ich ob das jeder so sieht kann man jetzt wieder diskutieren ich finde schon so flach und hässlich mal gucken wir liegen sogar relativ gut auf der inklination im moment zumindest also ich glaube nicht dass das perfekt passt aber wir werden nicht irgendwelche wilden 20 grad abweichung hoffentlich nachher haben so vielleicht muss ich die nase nochmal einen ticken hoch nehmen ja ich glaube jetzt können wir langsam wieder ein bisschen flacher 10 ist vielleicht ausreichend aber bisschen flacher ist ok ok sehr schön wir sind gleich im orbit mit unserer überaus spektakologalen konstruktion mal sehen wie das so funktioniert dann müssen wir gleich noch schnell eine anpassung machen ich denke aus zeitgründen also zeit nicht jetzt streamzeit sondern ich muss schnell zu der rakete hinkommen werde ich diese anpassung denke ich im niedrigen kölben orbit durchführen ich glaube ja ich glaube tatsächlich mit dem drop core aber ich habe noch kein gutes also ich habe mich gegen die unbemannte variante tatsächlich oder unbekörbelte variante bewusst entschieden weil mein funk netzwerk noch so mittelprächtig ist um es mal nett zu formulieren und ich eigentlich nicht riskieren will dass ich aufgrund von funk verlusten irgendwie die mission scheitern lassen muss so jetzt können wir mal gucken wir sind hier hier ist die sending note 15 grad trotz allem noch aber nicht 20 let's make it better das zieht uns gleichzeitig auch auf den vernünftigen kurs hoch oh das ist teuer oh das ist teuer richtig teuer holy shit holy shit aber gut das reicht noch wir haben viel sprit die kolben sind dafür da um eine andere rakete anzusetzen und sie anzuschieben so albern das jetzt gerade klingen mag äh warum sind wir uns uneinig darüber jetzt sagt der burn time 51 sekunden irgendwas irgendwas mag er hier gerade nicht irgendwas ist ihm gerade unschlüssig ähm ich warte mal noch kurz weil meiner burn time von 51 sekunden muss ich nicht zwei minuten vor das brennen anfangen das wird nur unnötig ungenau durch diese aktion keine ahnung was er mir da gerade sagen möchte irgendwas irgendwas stimmt da nicht so wir gehen mal so auf naja jetzt jetzt hat er auch gerade gezogen ich weiß es nicht was der aber mit ihm das war ich weiß es nicht moin bäckchen na ich hab die burn stärke nicht auf 70 prozent gestellt äh sondern die verteilung um das manöver herum das bedeutet was anderes also ich möchte ähm 70 prozent des burns in der zweiten hälfte stattfinden meine ich so rum ist es weil das ja nicht ganz also hinten raus entwickelt sich der schub ja stärker so more or less check I guess ja ok cool jetzt können wir jederzeit starten jetzt muss ich noch die stelle finden wo die kapsel gerade ist hier ganz da oben super wir freuen uns so da werden wir sie natürlich nicht treffen können vermute ich es wird irgendwo eher da so sein ja gar nicht schlecht geraten aber warum kackuliert er so komisch so zack kapsel ist da ja erst dort dann brauchen wir natürlich sehr viel länger ich verstehe das jetzt erstmal so ein bisschen zueinander zu bringen das korrigieren wir dann gleich noch zack das ist schon okay jetzt erstmal so ein bisschen zueinander zu bringen jawoll 1 minute 2 burn ich kann das komplett auf dieser stage machen warp to next manöver genau der heutige stream fällt definitiv unter die kategorie nur mal schnellen kürbel retten das ist schon wieder sowas von in die hose gegangen ganz normal eigentlich war das eigentlich ist dieser stream aus der kategorie heute fliegen wir zum moon und ich muss mich schon wieder hart entschuldigen dass das vielleicht nicht das fokus thema des streams geworden ist ich finde übrigens das neo schuld ist daran ich möchte noch mal sagen das neo schuld ist mod shaming ich nenne es mod shaming können wir das zum neuen begriff machen und feuer frei so dann haben wir jetzt einen relativ guten anflug dann werden wir jetzt nochmal eine mid-kurs correction machen und können auf dem triebwerk wahrscheinlich sogar noch relativ gut angleichen dass wir der kiste entgegen kommen und dann haben wir noch eine hervorragende weitere stufe falls nicht sogar die hier schon ganz gut hilft um anzuschieben das werden wir sehr vorsichtig machen aber wir werden das auf jeden fall machen dann schieben wir die andere rakete in einen wiedereintritt werden uns selber dann nochmal kurz auf einen niedrigen atmosphären vorbeiflug holen dass valentina einmal abbremsen kann dafür ist diese stage hier berechnet ähm und wir müssen einmal aussteigen diese blöden landebeine dann oder anschiebestützen sind es in dem falle eher einmal demontieren die werden sicherlich nicht helfen bei einem wiedereintritt ähm und dann haben wir die auch schon gerettet wahrscheinlich geht auf dem weg dahin irgendwas ganz fürchterlich schief was ich jetzt nicht bedacht habe aber hey irgendwas ist erwiesenermaßen immer ja hoppla aber wir wollten eh ne mitkuss machen so nicht warpen sondern manövrieren yes sir ich hätte gerne diese separation von neun milliarden kilometern gerne ein bisschen korrigiert aber sehr viel weniger wenn es irgendwie möglich wäre cool weißte nicht doch so es ist doch irgendwie möglich oder was ist dein problem wo ist wo ist deine abweichung du bist da ich bin da achso wir sind viel zu hoch das kriegen wir gelöst die also dann die land die die So, wir liegen jetzt drüber, oder? Warum hat der denn ausgeklingt? Ist egal, 14,6 Kilometer reicht mir, dann kann ich da nämlich den Rest machen. Mir reicht das, das ist nur ein ganz kleiner Burn, den wir dafür machen müssen. Valentina ist Pilotin tatsächlich, aber das hattet ihr auch schon tausendmal beantwortet. Ich bin spät dran, mit meinen nicht besonders hilfreichen Antworten. So. Jetzt stehen wir das gleich ganz vorsichtig, möglichst punktgenau. Dann haben wir hoffentlich nicht irgendwie noch 700 Kilometer nachzukorrigieren. So, wir haben jetzt 15 Kilometer, das ist echt okay. Strom läuft. Wir können mal hier so hin. Yes. Okay, ihr seid aber noch nicht tot, oder so, ne? Ne, euch geht's noch okay-isch. Nicht richtig, richtig gut, aber okay-isch. So, jetzt machen wir schon mal Target Retrograde, dass wir hier vorbereitet sind. Wir werden knappe 300 Meter pro Sekunde, oder? Oh, knapp. Bremsen müssen, das geht aber auch noch locker und dann machen wir die Annäherung. Das sieht alles sehr gut aus, Freunde, das sieht alles sehr gut aus. Los, los, los. Wir schaffen das intern. Wenn jetzt noch unsere... Unsere super coole Anschiebevorrichtung. Hashtag ungetestet. Hashtag don't do this at home. Hashtag NASA would cry. Super gut funktioniert. Dann können wir eventuell jemanden retten. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine Piloten mehr. Und vielleicht auch nie wieder Aufträge, weil wir Touristen und Crew in Massen umgebracht haben. Wir werden's sehen. So, jetzt kommt erst mal der Part, wo wir bremsen müssen, habe ich gehört. Wo ist denn L-Flugding? 62 Kilometer. Da geht noch was. Ich weiß gar nicht, wie viel Trust Rate haben wir gerade? 1, 6, 2. Wir sollten nicht zu spät bremsen, aber auch nicht zu zeitig. Ich würde mal so bei 30 Kilometer, 35 Kilometer, die Bremse das erste Mal anschalten. So, los geht's. Ja, das ist ja okay. Das ist ja wirklich okay von der Entfernung. Äh, von der Geschwindigkeit. Bremsen ist ja völlig in Ordnung. Dann bremse ich jetzt hier erst. So, und dann gehen wir direkt auch auf ProTarget rüber. Und fliegen zu den anderen Kerlchen rüber. Ich glaube, dass die Touristin bei uns nicht nochmal buchen wird. Ist aber nur so ein Bauchgefühl. Und ich befürchte, Neo verflucht auch schon, wo er gerade einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, damit er gerettet wird. Ich hätte einfach einen Körbel kaufen sollen. Ich hätte einfach einen Körbel kaufen sollen. Das ist ehrlich, dass das Spiel immer das gleiche Ergebnis liefert, tatsächlich. Da müssen wir noch dran arbeiten. Irgendwas ist da nicht gut. Irgendwas ist da gar nicht gut. Uh. So. Haben wir das. 14 Minuten. Da braucht noch ein bisschen Zeit. So, und dann werden wir uns mit unserem professionellen Dockinggerät positionieren hinter der Kapsel. Und das abbremsen. Soweit der Plan. Jetzt gehen wir aber erstmal hin. Schauen, dass wir sehen. Ja, ja, die scheint immer oben zu stürzen. Ja, ich muss nochmal gucken. Vielleicht habe ich euch irgendwie einen Knopf falsch eingestellt oder so. Ich weiß es nicht. Wird man sehen. Ich kann es nur jetzt gerade nicht. Also, kann schon, aber ich habe gedacht, ich stream die mal KSP und lasse die Rakete, die umkippt, momentan die Rakete, die umkippt sein. Damit hätte ich das dann einfach serviert. Jetzt nicht den Armwoller wäschen. Ich glaube, der hat noch hart genug zu kämpfen gerade an den massiven Verlusten in der letzten Folge. Da muss man nicht auch noch hinterher treten, finde ich. Da ist schon traurig genug, wenn es passiert. So. Okay. Bisschen noch. So, jetzt können wir die Kiste schon mal ausrichten. SRS an Retrograde, please. Orbit Retrograde versteht sich. Dann wissen wir nämlich schon mal, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich da hinten an das Orangene ran. So. Gut. Soweit, so schlecht. Jetzt ganz, ganz vorsichtig. Die ganze Nummer. Damit hier nichts super Schlimmes passiert. Ich glaube, wir machen erstmal die Einrichtung fertig hier. Beziehungsweise, wir bewegen uns mal ganz langsam hinter die andere Rakete. Jetzt auch schießt etwas. Und platziert uns da schon mal ganz vorsichtig. Wie hat denn sowas gemacht? So. Wir machen das überhaupt professionell. Wir zielen einfach an der Rakete entlang. Und jetzt machen wir SRS kurz aus. Machen die lustige Kameraeinstellung aus und drehen die Kiste hier. So, währenddessen im Zauberland Synchronität for the win Machen wir unsere Undockvorrichtung startklar. Das wird so gut. Das wird so gut. Wir greifen uns das Ding einfach. Wir greifen es uns. Wir machen dann einfach den Sack zu. So. Ich finde, dass ihr da nicht fair zum Wöller seid. Schließlich kann sowas passieren. Und ich habe in der ersten Folge auch direkt mal den Wöller und mich gekillt. Bin ich da ein bisschen nah dran? Vielleicht ist Papa da ein bisschen nah dran mit der Rakete da. Vielleicht machen wir mal ganz kurz ein bisschen langsam. Halt, stopp, halt. So. Jetzt brauche ich mal ganz kurz Locked View. Ich muss mal ganz kurz über mein Zentrum drehen, um mich neben der Rakete weg zu bewegen. Das sieht gut aus. Hier ist mein Zentrum. Ist ja auch dumm. Ich will es ja nicht kaputt machen. Deshalb müssen wir jetzt ein bisschen Abstand gewinnen. Dann kann ich mich aus dem Winkel annähern. Eieiei. Eieiei. Millimeter Arbeit hier. Genau. Bisschen, bisschen Missgeschick gehört einfach auch mal dazu, finde ich. Das ist so. Und da muss man auch zu stehen können, dass das passiert. Und ich denke auch, es ist einfach relativ normal, dass bei so einem KSP-Stream halt ab und zu auch mal Oh. Nicht abstechen, please. Ab und zu auch mal komische Dinge passieren. Ich fände es ehrlich gesagt komisch, wenn nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir gleichen das jetzt einmal aus. Den Speed. Null. So. Und jetzt wird es spannend. Jetzt versuchen wir hier mal quasi Neid zu kriegen. Ah, jetzt wird es jetzt wird es richtig lustig. Wir machen quasi jetzt Docking ohne Docking-Port. Und ohne RCS. Auch eine Sache, an die man vielleicht hätte denken können. Aber egal. So, wir brauchen diese Steuerung. Und das kann jetzt entweder der Worst Kraken-Attack ever werden. Oder eben nicht. Lassen wir mal sehen. Die Board hier. fung επies-Tramp. So, wir machen gleich ein paar kuruche, sie können auf die drange. Also die twentfe Ahi das fondo hier. Und das? Also das? Dann denke ich einen den Sieg woher dasselbe. Das? Jetzt bew ransch Interpretar ich will das halt so greifen quasi also das da andocken und dann zugreifen mal gucken ob das funktioniert in meiner kleinen Kopfwelt klingt das wie eine total super Idee ich befürchte KSP wird völlig ausrasten wenn ich das tue aber mal sehen ok 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 ja ja wir machen schon mal ein bisschen den Sack zu es ist gar nicht so schlecht wie ich befürchtet habe bleib hier jetzt gehen wir orbital retro mit dir ich glaube ich habe sie ich glaube ich habe sie gefangen ich glaube tatsächlich ich habe so eine art docking port geschaffen ich glaube ich habe sie sehr sehr geil sehr 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 cool wir haben eine gefakte docking vorrichtung und und gut vielen lieben dank für den resub und auch ein oh seven oder klar ein salut an dich so sehr cool sehr sehr cool ich habe wirklich fest damit gerechnet dass das komplett ausrastet aber es tut es nicht es funktioniert und wir bremsen hier gerade in einem in einem was wieso hat das hat das Agza auch schon mal so gebaut also ich habe es nicht gesehen es ist tatsächlich dann ist es eine Sache die zweimal erfunden worden ist aber sehr sehr cool das es freut mich super dass das geklappt hat weil ich habe ehrlich gesagt ich habe in der kompletten Krakenattacke gerechnet in dem moment wo ich das tue sie hält wenn das triebwerk startet das triebwerk läuft schon ich bremse schon fleißig so jetzt kommt jetzt kommt das staging das wird nochmal spannend aber ich glaube es passt staging ich gucke nochmal ob das richtige staging ist ist das richtige staging und los ach so er hat eine shuttle kralle die so funktioniert sehr geil also das kann man sich auf jeden fall schon mal merken das funktioniert deutlich besser und ich glaube mit ein bisschen srs wäre es noch viel geiler gewesen weil ich mich dann hätte hinten reinsetzen können man kann das ding tatsächlich richtig festhalten das ist sehr 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 genial sehr genial hätte ich nicht mitgerechnet und wir haben genug sprit wahrscheinlich um das ding in den orbit runter zu bremsen aber also timewarp wird nicht gut funktionieren damit mit der konstruktion deshalb machen wir das auch nicht und ich möchte es auch nicht nochmal einfangen obwohl vielleicht möchte ich es nochmal einfangen vielleicht ist das gar keine so schlechte idee das nochmal zu tun um gemeinsam zu bremsen ich weiß es nicht ich weiß es nicht wir kommen halt aus einer umlaufbahn höher als moon vielleicht machen wir es doch nochmal so wir driften jetzt etwas auseinander wäre gar nicht mal so zum üben üben ich bin mir halt bei dieser touristen kapsel so richtig super geil ist die halt nicht ich bin mir halt nicht sicher ob die ein wiedereintritt aus so einer hohen umlaufbahn überlebt und ich hätte noch genug fuel sie im niedrigen orbit einzubremsen und von da aus halt quasi ein wiedereintritt zu provozieren das wäre eigentlich ideal standard würde ich sagen ich glaube das machen wir tatsächlich so dass wir sagen wir gehen jetzt hier ein bisschen im zeitraffer rein weil wir driften jetzt glaube ich auseinander das sieht ganz gut aus das kann so bleiben dieser ganz leichte drift freunde dass das funktioniert hat sehr sehr schön wie hoch ist die map gescaled verstehe die frage nicht wiederholen sie kommen so und wir können auch mal hier gucken dass wir target mäßig wir sind wirklich nur ganz langsam unterwegs ich will jetzt mal gucken ob es immer noch ein auseinander driften ist ist es noch knapp das ist auch okay dass wir jetzt ich habe das nur noch mal ein bisschen entschleunigt eieieiei rescale oder sowas drin nee das ist äh normal scale kerbin quasi oder kerbo system ich seh den buch so ich werde uns jetzt relativ nah ran tüdeln lassen und dann machen wir jetzt gleich mal eine kleine zündung die uns wieder diese 100 irgendwas meter schon mal langsam zurückdriften lässt dann können wir ihn nämlich gleich wieder einfangen so das müsste mir eigentlich schon reichen noch nicht jetzt kommen wir langsam wieder ran sehr gut okay dann können wir nämlich gleich das einmal ausgleichen das alles nur sehr sehr kleine bewegungen sind wir bleiben halt in der nähe zueinander wir haben noch zwei stunden 24 bis zur kripsiszeit dann muss ich gleich nicht besonders viel entfernung überbrücken sondern wir driften schon mal ganz langsam wieder ran das setzt mich dann nicht unter zeitdruck sind wir schon wieder relativ nah beieinander so ich muss jetzt mal gucken wie ich mit meinem kram hier umgehe wir müssen jetzt auf jeden fall da so erstmal lang damit wir wieder in position kommen ich bin mit absicht sehr vorsichtig wenn ihr euch fragt was ich hier eigentlich tue ich bin nämlich kein großer freund von das im letzten moment versauen wir haben 24 minuten zeit die müssen wir jetzt nicht komplett ausschöpfen aber nee das schlafzeiten anpassungsprojekt das habe ich zwei wochen ausprobiert da haben wir dann gesagt so hey das ist total cool dass das für einige leute funktioniert für mich nicht ich war so tot ich habe zwar ganz viel mehr zeit gehabt aber das war halt so zombie zeit die ich halt irgendwie dann mein handy angestarrt habe oder sabbern vor dem fernseher gesessen habe ich konnte da nichts produktives mit anfangen mit dieser zu gewonnenen zeit weil ich einfach nur müde war und dann habe ich nach zwei wochen habe ich es dann auch wirklich sein lassen so jetzt lasse ich mich hier ganz langsam rüber driften wie gesagt so läuft halt die uhr schön runter dann gleichen wir uns gleich mal an wenn wir dahinter gelandet sind schwuppdiwupp so und bremsen ich glaube rein optisch gesehen sind wir jetzt safe ich würde jetzt mal sagen ich gehe in den schnappi der schnapper modus über aber halt auch noch sehr sehr langsam weil wir haben noch ein bisschen zeit das ist ganz cool so schieben wir uns langsam dahinter also ich habe ihm jetzt ein bisschen impuls mitgegeben das sollte eigentlich relativ wenig sein das sind nicht mal 0,1 meter sehr schön ich habe so das gefühl wir sind ein bisschen low unterwegs ist leider in diesem niedrigen geschwindigkeitsbereich ein bisschen kacke optisch kann uns ganz gut einschätzen meistens sieht gut aus kommen quasi die raden geschwebt also jetzt machen wir hier folgendes dass wir hier wirklich sagen es ist aus werde ich einfach nicht in dem fall dann kann ich es nämlich wieder auch retrograde ausrichten sehr schön freunde wir kriegen es wir kriegen es denn das ist ein testlauf ja im prinzip ist es auch ein testlauf leider aber es ist auch eine rettungsmission wir testen also total tolles neues docking system das ist ein bisschen runter wieder wo sind wir mittlerweile ein bisschen tiefer ist wahrscheinlich schlecht nur ein bisschen also das ist das ist das ist das ist so So, ich glaube, wir machen mal wieder die Kamera hier vorne hin, um das gut unter Kontrolle zu halten. Dann lassen wir mal Schnappi das Schnappkrokodil gleich wieder seine Arbeit tun. In der Hoffnung, dass der Krake uns wieder sehr holz sein wird. Ansonsten ist unser Problem auf jeden Fall schon sehr viel kleiner geworden. Wir wollten es enger machen, das Korsett. Sieht gut aus. Hab dich. Ja, hier geblieben. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hier geblieben. Dude, woher hier? Warum kriegst du so viel Impuls mit? Alter Verwalter. Was ist los mit ihm? Ich hab, glaub ich, zu wenig Schub drauf. Das war nicht gut. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Ah, nein! Ah, also ich muss es mit SRS machen. Okay. Das war gar nicht gut. SRS. Oh, bitte Retro. Peace. Das war gar nicht gut. Das war nicht so gut. Gut. Also das mit dem ohne SRS reinrichten in die, in die Dings, das kannst du knicken. Das funktioniert nicht so schmeidig, wie es soll. Da drüben war das Raumschiff. Okay. Wir haben noch zwölf Minuten. Das ist noch alles. Alles totally safe. So, wir müssen da hinten hin. Das heißt, wir machen uns dann auch auf den Weg hin, um ein paar Meter wieder aufzuholen. Elf Minuten bis zur Periopsis. Bis dahin sollten wir es geschnappt haben. So, ich geh schon mal erst mal Retro wieder hin. Hey, Gwen. Na? Hä? Wo ist denn? Da ist es. Sehr schön. Aber der Winkel sieht sehr gut aus. Können wir uns schön hintersetzen. Und jetzt ist auch nur noch so ein paar Grad angleichen für Retro. Gwen. Reiß dich zusammen. Tschau Gwen. Tschau Gwen. Tschau Gwen. Tschau. So. Ich denke so passt das. So, ich mache schon mal so ein bisschen rein auf die Trichter hier. So, dass er uns nicht rausflutscht, aber ich glaube im Großen und Ganzen sieht der Anflug gar nicht schlecht aus und wir haben noch sieben Minuten, wenn der Anflug doch schlecht sein sollte. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das diesmal gut hinbekommen. Irgendwie. Okay, ich glaube diesmal habe ich ihn. So, und jetzt probieren wir mal langsam und vorsichtig mit ihm zusammen in Richtung Orbital Retrograde zu gehen. Sieht auch so schlecht nicht aus. Also ich mache das gerade alles unter Schub, damit ich halt dranbleibe und ein bisschen Authority über ihn habe. Ich hoffe, dass ich mich da nicht verschätze mit der Nummer. So, jetzt ziehe ich mal ein bisschen auf und wir versuchen ihn mal runterzubremsen. Sieht bisher ganz gut aus, finde ich. Okay, ich lasse ihn jetzt gerade mal niedrig laufen erstmal. Aber ich glaube, ich glaube, wir haben ihn. Was ist denn hier los? Hier ist Rettungsmission. Hier ist sowas von Rettungsmission. Huch, Caps Locker zugeschlagen. Die Steuern ist ein bisschen wackelig, aber ich glaube, wenn man diese Greifpads dann noch hat, dann ist es richtig gut. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also wir haben den Mondorbit schon mal gut unterschritten und sind weiter am sinken. Ich bin also sehr zuversichtlich, dass wir das Ding hier nach Hause bringen. Okay. Sieht gut aus. Dann machen wir doch mal kurz den Schritt hier rüber. Ich würde nämlich sehr gerne für einen kurzen Moment, solange wir hier so schön Hält das? Ja, es rutscht weg, ne? Ich beeile mich. Komm schon. Alles wo Data drin ist. Zack, zack, zack. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Ich sehe, wir haben nirgendwo Daten drin. Ich hätte gedacht, da war irgendwo was. Komm schon. Ach, da ist es doch. Warum bist du so? Schon wieder da, ja? Kommst heute aber nah ran. War es das? Tatsächlich? Scheint hier mal. Okay. Die Daten nehmen wir trotzdem mit. So. Das ist alles an. Orbital Retro. Und wir schalten wieder um. Und gehen unter Schub. Und wir schalten wieder um. Und wir schalten wieder um. Und wir schalten wieder um. So. Sehr schön. Dann würde ich sagen... Jetzt habe ich ein bisschen zu hoch gewuchtet. Gehen wir jetzt mal unter Vollschub gleich. Vielleicht haben wir es noch. Wir sind fast an einem guten Punkt, ne? Um das zu tun. Glücksspiel löst die Probleme, die Glücksspiel verursacht. Hervorragend. Noch einen kurzen Moment. Kurzen Moment. Und dann... sind wir auf der Periopsis und können den Rest rausbremsen. Auch dieses Niedrigschubmanöver hat uns schon sehr, sehr weit runtergebracht. Sieht gut aus. Mhm. 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 Worst Docking Adapter ever. Aber er funktioniert. So einfach ist das. Wenn er funktioniert... If it looks dump and it works, it's not dump. Ich muss sagen, wir können es mal folgen, ne? Swiston, uh... Tranquility Base here. The Eagle has landed. Na ja, shit. Der will ja ausbrechen. Windseller, vielen lieben Dank für den 17. Monat ZAP. Dankeschön. So, und wir sind so langsam fast in etwas, was man eine niedrige Körbe, eine Umlaufbahn nennen könnte. Fast. Nicht ganz, aber fast. Ja, Valentina kann halt fliegen, ne? Und die 70 anderen füllen. So, ich lasse jetzt Periopsis mal relativ schnell rankommen. Was wir jetzt machen ist, sobald wir auf der Periopsis wirklich sind, richtig hart bremsen. Die Periopsis, also quasi dann die Periopsis rüberdrehen. Und dann haben wir hier nämlich eine 170 Kilometer ungefähr, werden da wahrscheinlich nur noch 160 Kilometer sein, Apoopsis. Und bringen die Periopsis runter auf so 30, 40 Kilometer. Lassen die los, drehen uns um mit Valentina und heben unseren Orbit wieder, dass wir erstmal noch in einem niedrigen Orbit sind. Schalten dann um auf diese Wessel und bringen die nach Hause. Dann haben wir die Probleme schon mal gelöst und können danach das andere Raumschiff schnell, schnell landen. Aber, hehehehe, schnell genug. Hat ja jetzt nur, warte, ich gucke mal auf die Uhr, 2 Stunden 30 gedauert, dieses Mal eben schnell retten. Aber abseits davon war es awesome. Guter, improvisierter Super-Docking-Adapter. Aus. Stelzen. Whatever. So, wir müssen ein bisschen das Retro gerade noch einpügeln hier. Sieht aber gut aus. So. Dann würde ich sagen, lass uns unter Schub gehen. Ich gehe noch nicht ganz voll Schub, weil ich wirklich exakt auf der Periopsis dann den Antrieb erst komplett hochfahren will. Aber sieht gut aus. Sieht alles sehr gut aus, insgesamt. So. So, wir sind ausgerichtet. Wir sind exakt auf der Periopsis und voll Schub. Jetzt holen wir das Ding runter in ein äh, suborbitalen Orbit. Aber eben auf der anderen Seite. Jetzt drehen gerade Periopsis und Apoopsis die Seiten, tauschen sich aus, dass wir hier zur Apoopsis werden. Und dann hätte ich gesagt, bringen wir ihn so auf 40 Kilometer runter. Das reicht für einen sanften Wiedereintritt. Und lassen ihn dann frei. Ein bisschen spät, aber ich muss erst noch die Stelle zum Anklicken angucken. So, wir wiederum Oh, das war vielleicht nicht die beste Idee meines Limbs, aber sie ist nach hinten raus. Zum Glück kürzer, die Rakete. Eieieiei. So, wir geben ihm jetzt noch einen kleinen Schwung mit. Das soll man eigentlich nicht machen, wenn man docken will, aber uns kann es jetzt egal sein. So, wir wollen auf jeden Fall nämlich hier wieder über 70 Kilometer kommen. Mit der lieben Valentina. Und dafür brauchen wir ein bisschen Spucke und Geschwindigkeit. Das reicht. Und jetzt rüber zur anderen Rakete. Und jetzt sollten wir relativ flink unseren Mist zu Ende konfigurieren hier. Dass wir bereit sind, hier reinzutreten. Also, Fallschirm. Ich denke mal, ein Predeploy auf 5 Kilometer. 4,5 reicht locker. Full Deploy auf 1000. Close Arm. Erster Fallschirm ist scharf. Toggle Info. Zack. 4,5. 1000. Copy other shoots. Arm. Arm. Kannst du diese Hardcore Colonization Map. Das Experiment, das eine, was da war, hatte ich eingesammelt eigentlich. Was für eine Map meinst du denn? Ich verstehe nicht, was du für eine Map meinst. Tatsächlich. Können wir mal gucken, ob es hier noch Experimente zu tun gibt. Das können wir nochmal einsammeln. Also, mein Spielstand. Äh, nee, Spielstand lade ich nicht hoch. Nur die Seaken Files. Ich möchte ja, dass ihr selber spielt. Ich möchte ja, dass ihr selber spielt und nicht euch meinen Spielstand anguckt. Holzräder, vielen lieben Dank für den Raid. Wie ist es gewesen bei dir? Was gab es Schönes heute auf dem Sonntags-Streaming-Diniertisch? Habt ihr euch eher so einen spielerischen Hotdog gegönnt? Oder gab es ein feines Drei-Gänge-Menü mit allerbester Spielequalität und Tiefgang? Und dazu vielleicht noch einen gut abgestimmten Wein? Ganz herzlich willkommen an euch alle. Wir machen schon wieder Raketen. Aber das ist wahrscheinlich nicht überraschend, falls ihr schon mal hier wart. Nicht so richtig hart überraschend. So, hier ist alles scharf wie scharf. So, und das heißt, wir können eigentlich auch uns generell von allen unwichtigen Dingen verabschieden. Wir können das aber gerne so rum machen, dass wir das hier wieder wegschmeißen. Zack. Die Kappel. Wuppa. Ein bisschen Höhe gewonnen. So. Dein Hardson Rimworld ist gestorben. Aha, du hast ihn auf Eis gelegt, du wirst ihn wiederbeleben. Sehr schön. Am besten mit mehreren Cyborg-Liebmaßen. Ich muss unbedingt irgendwann noch ganz viel Zeit haben. Also mein Plan sieht vor, irgendwo mit vielleicht Anfang 50 oder so unbedingt mal mehrere Jahre arbeitslos sein zu müssen. Dann kann ich endlich mal Rimworld ansprechend genug lange spielen. Auch ein, finde ich, sehr schönes Spiel. Ich habe es auch ein paar Mal schon gespielt. Auch off-stream ein bisschen drin rumgesuchtet. Aber in diesem Spiel kannst du halt so viel tun. Das ist halt auch so ein... Mit meinem Zeitbudget könnte ich das auch als Fulltime. Nur wenn ich streamen kann, kann ich nur Rimworld streamen. Und ich glaube, ich hätte vier Jahre Material. Dieses Spiel ist einfach auch super awesome. Das heißt, lieber Mods, macht mal ein Shoutout für den Lieben Holzritter. Damit auch die fauleren Menschen im Kanal den Weg dahin finden. Da habt ihr einen guten Kanal. Einen ganz sympathischen, netten Typen mit dem Holzritter. Gerne mal vorbeischauen. Und wenn ihr schon mal da seid, gibt es rechts oben so ein kleines Herz. Kann ich das? Ich bin nicht so Instagram-Fee-mäßig. Und da drückt ihr einfach drauf. Und dann habt ihr ein Follow da gelassen. Und dann kriegt ihr mit, wann der Holzritter das nächste Mal spielt. Do it! Do it! Holzritter, du kannst gar nicht rot werden. Denn rot gehört nicht in das Farbenspektrum von weiß und schwarz. Ehrlich gesagt, habe ich dich noch nie gesehen in einem nicht schwarzen T-Shirt. Ist dir das eigentlich klar? Besitzt du? Das wäre eine wichtige Frage. Eine schnelle Frage an Holzritter. Wo du gerade mal hier bist. Hast du T-Shirts, die nicht schwarz sind? Wenn ja, Twitter-Beweisfoto. Dankeschön. Ich möchte gerne verlinkt werden, damit ich es mitbekomme. Die neue Twitter-Challenge. Zeig mir dein nicht schwarzes. Ein blaues und ein weißes noch. Okay. Okay. Dann kannst du ja sogar zwei Twitter-Fotos posten. Kein T-Shirt im Stream. Dann sind wir aber wieder bei weiß. So, das sollte jetzt hoffentlich relativ smooth klappen. Surface. Zack. Ich habe tatsächlich früher auch sehr, sehr viel schwarze, beziehungsweise sehr dunkle T-Shirts getragen. Hauptsächlich aber schwarze T-Shirts. Das hat sich bei mir so vor, naja, was haben wir jetzt vor elf Jahren, hat sich das relativ stark erledigt, als wir die erste Katze geholt haben. Mit Hashtag weißes Unterfell. Hashtag Ende. Oh, Körben. Körben, Casey, hallo, guten Tag. Wir bringen die Toast nach Hause. Die waren, die konntest du eigentlich nach zweimal tragen, konntest du die einfach wegschmeißen oder halt abbrennen oder sowas. Und seitdem hat sich so mein Klamottenstil ein bisschen farbenfroher entwickelt, weil man darauf die Katzenhaare einfach nicht so gut sehen kann. Das ist eine pragmatische Entscheidung gewesen, tatsächlich. Ansonsten kann ich das schwarze T-Shirt-Game total verstehen. Oh, alle stürzen sich in die Expedition. Ihr seid ja völlig wahnsinnig. So geht ihr mit dem Geld um, was ich euch auszahle, ne? So geht ihr mit euren Körbel-Dollar so um. Das ist Enttäuschung in meinem Gesicht. Man kann das immer so schlecht lesen, ne? Das ist Enttäuschung. Die Katze abbrennt eure T-Shirts. Ich meinte schon die T-Shirts. Also bevor mir jetzt hier jemand um Himmels Willen die Peter auf den Hals hetzt oder so. Ähm, ich meinte die T-Shirts mit dem Abbrennen. Ich würde niemals eine meiner geliebten Katzen auch nur in die Nähe einer Feuerquelle lassen. Ihr glaubt gar nicht. Bei uns gibt's auch zum Beispiel Advent gibt's bei uns immer nur unter Beaufsichtigung der Kerzen. Also bei uns bleiben nie Adventskerzen oder sowas an. Ähm, wegen den Katzen. Da sind wir sehr penibel, was sowas angeht. Oder eine schwarze Katze. Ah, also der Witz ist, dass die eine Katze schwarz ist eigentlich. Aber das Unterfälle ist halt hell. Du musst AFK um was zu essen. Dafür musst du dich doch nicht schlecht fühlen. Ist doch alles super. Iss was, Junge. Iss was. Lass es dir schmecken. Ich freue mich auf das Bild von deinem blauen oder weißen T-Shirt. Oder vielleicht beiden, wenn du dich schlecht genug gefühlt hast. Hau rein. Und danke nochmal für den Raid. So, wieder ein Eintritt läuft. Relativ schmerzfrei dafür, dass wir bisher so große Probleme mit der Mission hatten. Und den Rest vom Raumschiff dahinter irgendwo. Alles gut. Sieht wirklich, wirklich gut aus. Die Fallschirm-Config müsste eigentlich auch relativ entspannt funktionieren. Der Ablator, der raucht ganz schön weg, muss ich sagen. Haben wir schon wieder dieses Problem, wo wir einfach nicht langsamer werden? Ne, ne? Wir entschleunigen schon. Aber mich wundert es. Ich hatte das letztens auch schon so gehabt, dass wir so komisch langsam... Also ich hatte... Ich hatte jetzt irgendwie... Früher war mehr G-Kraft. Kommt euch das auch langsam vor? Ich finde die Entschleunigung super langsam. Also ich kann jetzt gerade nichts dran ändern. Aber ich hatte das das eine Mal auch schon, wo ich so richtig... Weil das wir einfach... Guck mal, wir rauchen den gesamten Heat-Shield auf. Ja, es wird langsamer, aber es fühlt sich irgendwie... Ich komme ja aus einem niedrigen Körben-Orbit. Es wundert mich... Ich weiß gar nicht, ob der Blätter voll war, ehrlich gesagt. Ich habe nicht darauf geachtet. Es wundert mich, dass wir so lange brauchen. Aber ja, mag sein. Mag sein, dass wir so flach reingegangen sind. Aber insgesamt... Also wir sind insgesamt durch. Alles ist super. Alles ist super. Ah, so ein Splashdown wäre noch schön gewesen. Aber... Kannst nicht alles haben. Geht wohl auf die Wiese runter. Hashtag totale Stabilität. Not. So. Schirmer sind safe. Bei viereinhalb Kommt der Predeploy Und bremst uns schon mal ein Stück runter. Sieht auch sehr gut aus. Und bei einem Kilometerhöhe kommt dann... Oh! Wir stürzen in die Vorstadt. Auch immer wieder sehr beliebt bei den Anwohnern. Die Vorstadt in den Vorort. Sagt man Vorstadt? Gibt es dieses Wort? Gibt es das Wort Vorstadt? Ich glaube, ich wollte aus Stadt und Vorort irgendwie ein neues Wort bauen. Ich glaube, es ist das Ausrufezeichen Winter, was du tun willst. Es ist zwar noch etwas früh gefeiert. Wir müssen noch das zweite Raumschiff unterbringen. Aber ich bin... Ich akzeptiere dieses Plus Eins. Weil ich denke, dass wir das hinbekommen. Auch wenn das eine ziemlich, 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 ziemlich schwere Geburt war. Zack. Zack. So, der Hargan wird jetzt in unsere Truppe aufgenommen. Das wird der Neo-Körmen. Das muss ich mir noch irgendwo niederschreiben. Ach, Neo, schreibt mir das einfach im Chat. Und aus dem wird ein Engineer, weil das war der Wunsch vom Neo, den er geäußert hat. Und da komme ich natürlich, wenn ihr hier 1000 Körbel-Dollar investiert, um euch euren eigenen Körbel in die Serie zu holen, bin ich natürlich offen dafür, dass wenn das jetzt ein Geologe ist. Also ihr dürft die Klasse natürlich auch gerne behalten. Aber ich komme auch total gerne euren Wünschen danach. So, jetzt müssen wir aber, nachdem wir ihn jetzt verklappt haben. Vorstadt gibt es immer frühgebiet vor dem Stadttor. Okay, ist also so ein Wort, was man benutzt, wenn man Mittelalter-Geschichte studiert oder sowas. Also die Frage war für mich eher so, ist das so ein Wort des allgemein-deutschen täglichen Sprachgebrauchs? So, das hat geklappt und wir haben damit auch... Oh, guck mal, Hagan hat auch direkt 1000 Ribbons bekommen. Das können wir uns später noch angucken. Also, Neo natürlich. Damit müssten wir aber auch Hagan gerettet haben. Der Tourist ist auch zufrieden. Damit hat uns das kohletechnisch zumindest nicht zu viel gekostet. Jetzt bringen wir noch die liebe Valentina nach Hause. Eieiei. Und dann ist das Schlimmste hier schon mal ausgestanden. Targans Wreckage kann auch schon mal weg. Und das Rescue Craft fliegen wir jetzt noch. Fly, fly. Fly, fly, fly. Fly, 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 fly. Sky-Night-Line-A-Rena-Ding-Gott. Retro-Grad. Wo sind wir gerade? Ist gerade hell? Ist gerade hell. Wir sind leider am KSC. Sind wir schon vorbei, ne? Längere Zeit auch schon. Ach, kommt, so viel Zeit muss sein. Die Valentina macht natürlich keine halben Sachen. Wir haben von allem noch ein bisschen was, oder? Ja. Wir landen natürlich in der Nähe von KSC. So viel Zeit nehmen wir uns. Wir haben so unglaublich viel Treibstoff. So, ich muss gleich noch diese blöden Beine da abbauen. Und dann geht's los. Das machen wir, sobald's hell wird. Sollten jetzt Licht haben. So. Zack. Alles cool. Yep. Valentina, aussteigen. Dankeschön. Wo können wir das? Machen das hier noch weg. Ab an Bord. Dann machen wir den Fallschirm schon mal scharf. Retro. Tollene Info. Auch hier. Viereinhalb und ein Taussee. Fühlt sich ganz gut an. Fallschirm ist scharf. Da kann ja nichts Schlimmes mehr passieren. So, und dann machen wir uns jetzt hier ein schönes Manöverstart, klar. So sagen, okay. Hier so ungefähr. Zack. Wird nicht nur... Hier wird nicht nur... An der Inklination gearbeitet. Hier wird auch noch... Richtig gebremst. Zack. So exakt wie möglich. So, und dann... Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen bremsen. Wir kommen dann relativ steil runter. Also, wir sollten nicht zu weit rausgehen. So. Jetzt korrigieren wir nochmal die Höhenangaben. Und dann hoffe ich mal, dass wir... Nicht zu weit von KSC entfernt runterkommen. So, das wird unser Manöver in zwei Minuten. Spritmäßig sieht es echt noch gut aus. Können wir das dann eigentlich... Wollen wir Powered Landing spielen? Das ist eigentlich für die Verschwendung, den ganzen Treibstoff wegzuhauen. Naja. Ist egal. So. Zeit aber an. Los geht's. Ich muss mal gucken, dass ich... Ne... Meldung einbaue. Oder aktiviere für die... Für den Bot, wenn der noch im Cooldown ist. Da muss da keiner eine Uhr mitlaufen lassen oder so. Auf dem Fairplan. Ja, das ist eine super Idee, weil die Reparatur von dem Gebäude kostet auch nur ungefähr eine Million oder so. Deshalb sollten wir das unbedingt genau so machen. Not. Totally not. Sieht doch ganz gut aus. Ja, genau. Das ist... Das ist auf jeden Fall... Landepad ist schon mal in dem Sinne schlauer, weil es nur 100k oder so kostet, das zu reparieren. Trotzdem sollten wir es vielleicht einfach nicht tun. Vielleicht machen wir einfach einen Splashdown. Und ich glaube auch nicht tatsächlich, dass wir... äh... Trust Rate Ratio mäßig... Das wirklich können. Aber wir können es uns mal angucken. Ich meine... Was soll passieren? Wir können ja schlimmstenfalls das Triebwerk abwerfen. Also, apropos Triebwerk abwerfen. Wir nennen das, glaube ich, Staging in Fachkreisen. Das machen wir jetzt mal. Da lacht sie sich ein. Hier, Valentina. So. Wir müssen mal gucken, weil wir verlieren mit dem Terrier Triebwerk. Ziemlich massiv Leistungen. Wenn wir in die Atmosphäre eintreten. Also im Moment haben wir 2,64er Trust Rate Ratio. Bei 1300 Delta V. Das wird sich massiv reduzieren. Mit Atmosphärenkontakt. Ich bin sehr gespannt. Ah, vielleicht war es ein bisschen kurz. Ich bin dann immer so unschlüssig danach. Ob das mal gut geht, lieber? Ich glaube, wir fliegen ein bisschen zu tief. Naja, wir fliegen unterm Graszee lang. Das war nicht mehr repariert, aber wegen Bug, weil es eigentlich hätte kostenlos repariert werden können, sollen müssen. So. Schauen wir mal. Wie kurz. Okay. Gegenschub. Los, Gegenschub. Bremsen Sie. Bremsen Sie. Ich bin gespannt, ob unsere Trust Rate Ratio zum Schluss noch positiv ist. Oh, die Schütten sind noch ganz schön schnell, finde ich. Ja, ich wirf das ab. Also, ja, wir falten schon sehr schön scharf. Entschuldigung. Gut, gern. Das war vielleicht nicht die Schlauste meiner Ideen heute auf den Tag gerechnet, wo ich jetzt so nach oben gucke. Naja, schauen wir mal. Dann werden wir ja gleich sehen, wie sich das so entwickelt auf dem Weg nach unten. Kommt wahrscheinlich gleich sehr schnell näher. Ja. Aber vom Winkel her sieht's gut aus. Hi. Na? Das hatte ich nicht ganz bis zum Ende gedacht. Muss ich zugeben. Aber alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Also, knapp hinter der Insel runter gegangen jetzt. Sehr schön. Die Valentina ist also auch da und zurück. Das heißt, wir können uns tatsächlich jetzt mal mit dem eigentlichen Thema des Abends beschäftigen, die letzte Stunde. Nämlich Moonflug, Schrägstrich, vielleicht sogar Moonlandung. Wer weiß. Recover Vessel. Yes. Puh. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir haben's geschafft. Jetzt können wir uns... Jetzt können wir uns endlich auf das fokussieren, was wir tun wollten. Ist es nicht super? Es ist wundervoll. Es ist so wundervoll. Wir können endlich unseren eigentlichen Auftrag machen. So. Keine neuen Ribbons für Valentina. Die war vorher schon awesome. So. Was brauchen wir potenziell noch? Oder was könnten wir potenziell noch brauchen? Ich glaub, die Landebeine würden mich persönlich ansprechen. Die Bodenstation aber auch. Hier sind die Heatshields drin, ne? Für 1,87 Meter Gefährte. Damit könnte man natürlich schon mal zu zweit unterwegs sein. Ah, es ist auch... Wie du's machst, ist es falsch. Aber es wäre prinzipiell ganz gut. 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 Also Landebeine können wir uns selber konstruieren Aus diesen lustigen Aber die rutschen so blöd Die rutschen so blöd Habitation ist halt auch noch nicht so gut Aber wir haben schon ein bisschen Habitation Wir können schon Essen mitnehmen Wir können schon eine Viewing-Kuppel abbauen Hier sind die ganzen Bodenexperimente Die würden sich natürlich extrem lohnen Aber Hier ist das Photovoltaik-Panel Wisst ihr was, ich probiere jetzt mal was Aus Wir probieren uns mal selber Was zu bauen Das ist auch keine gute Idee Ach steht, ich habe die großen Heatshills noch nicht Ich habe wirklich gar keine großen Heatshills Wir brauchen die hier mit den 90 Punkten Das hilft nichts Es hilft ja nichts So, damit wir schon mal ein bisschen Mit mehr Körbels fliegen können Weil das wäre mein Plan Auf jeden Fall mehr als einen Körbel mitzunehmen Kix, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend Schlafen Sie gut Schlafen Sie gerne auch sehr gut So, dann könnten wir nämlich den MK2 Command Pot nehmen Was müssen wir denn alles erledigen? Bring Moonstone back with you Das können wir machen Das können wir auch testen Ready to decoupler können wir auch probieren Plant to flag on the moon Okay Check So, jetzt haben wir nämlich ein Heatshield in der passenden Größe Den packen wir da jetzt runter Zack Dann nehmen wir einen decoupler in der Größe 1,8 Meter pro Sekunde 1,8 Meter pro Sekunde Genau Das ist schon wieder soweit So Moon Mission 1 Meter pro Sekunde Was ist in meinem Kopf noch kaputt? So Und jetzt nehmen wir den hier Wir müssen jetzt ein paar Sachen freischalten Aber das sind alles Dinge, die wir später sowieso brauchen werden In irgendeiner Form So, jetzt müssen wir mal gucken Es gab hier Ein relativ nettes Und das sind die Cryogenics Das Bobcat ist es nicht Aber dann habe ich das noch gar nicht Aber dann ist es der hier Dann ist es auf jeden Fall der Pudel Mit dem wir gehen wollen Und wenn es der Terrier vielleicht sogar ausreicht Wir müssen mal ganz kurz gucken Also der hat im Vakuum 2790 Meter pro Sekunde Und der hat auf dem Moon 4,6er Trust Rate Ratio Ganz ehrlich Reicht uns völligst aus Dann haben wir hier eine schöne Upper Stage Das reicht für die Moon Landung Das reicht für die Rückkehr Das reicht für alles Da können wir einmal Einmal komplett mit durchfeiern So und dann bauen wir uns nämlich Eigene Lande bei Die Grobkonstruktion war ja eben schon mal zu erkennen Im Prinzip machen wir jetzt eigentlich das gleiche Oder Oder Ich hatte gerade kurz überlegt Ob wir sehen Ne, ne, ne Das ist keine gute Idee 1P2 Wird der reichen Also jetzt mal absetzt Auch wenn das komplett falsch rum ist Reicht uns, ne Dann haben wir nämlich die hier Warum werde ich nur so bestraft? Womit wirst du denn bestraft? Hallo? 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 Warum kann ich die nicht einkriegen? Sooo Zack, zack, zack Strom Mit mir wird der gestraft? Achso Okay Das tut mir leid Vielleicht Vielleicht tut mir das leid Könnten wir aber auch das hier ein bisschen Ah, schön Tiefer Schwerpunkt ist guter Schwerpunkt Bestimmt So Hoch damit Rein damit Fertig So Dann haben wir nämlich das Thema Fallschirm ist glaube ich noch eins Ich glaube nicht, dass da einer reichen wird Ehrlich gesagt Deshalb würde ich hier auf jeden Fall Was wiegt denn das Ding? Das wiegt Also das Ding hier 0,84 plus Das Ding hier mit einer Tonne Also 1,84 kriegen wir ganz gut gebremst Also wird das hier mit 1,5 Tonnen auch hinhauen Sehr gut Dann müssen wir jetzt aber noch irgendwie An die Nummer hier Das muss halt ein bisschen raumschiffiger noch werden Ist einfach noch nicht raumschiffig genug Kriegen wir das da dazwischen? Was passt eigentlich? Ich würde die ein bisschen reinklippen Also einfach nur Diesen intern Ähm, wie soll man es nennen? Metallpart Ich finde das optisch halt einfach wirklich schöner Das passt ja auch so einwandfrei Aber Dass man quasi sagt Nach außen liegend ist natürlich Ja, Kitty Nicht die Form von Clipping Die du immer so Sehr hast Sondern Dieses Clipping Was es optisch ein bisschen Unterstützt Weil das ist sonst Sonst sieht das doof aus So haben wir eine schöne Eine schöne View Und wir kriegen sogar noch Zwölf Tage Habitation aus der Nummer raus Das hilft uns auf jeden Fall So und jetzt müssen wir noch gucken Ein bisschen Essen noch In die Nummer reinbringen Achso, jetzt können wir mal Jetzt sitze ich hier wieder im Bastelmodus Jetzt kann ich mal ganz schnell Bevor ich hier weitermache Gucken Äh Wo kann ich das Verschieben Da, oder? Das sieht gut aus Also so klicke ich natürlich auch So, ich muss mal kurz gucken Dass ich das mal Das ist ja auch Guckt mal Was für ein Update Für den Stream So muss ich die Szene Gar nicht hin und her switchen Und wir können endlich mal Diese ungenutzte Fläche Wie viele Jahre habe ich gebraucht Um auf diesen Part zu kommen Danke nochmal Wöller Falls du es hörst Wenn nicht Clippt es ihm Und sagt ihm nochmal Danke Wöller Guter Punkt Dass man das endlich mal jemand gesagt hat Dass man das verschieben kann Hat ja nur Drei Jahre oder so gedauert So Zack Und jetzt seht ihr da endlich auch mal Was da steht Oh, sehr schön Dann in Person Vielen lieben Dank Für den Hinweis Ihre, wem ihre Gebührt In diesem Falle dann dir So Essen Würde ich glaube ich Über die Life Support Tanks Hier die seitlichen Kleinen machen Weil ich auch nicht viel brauche Von dem Zeug So Hat richtig lange Richtig gut funktioniert So Wie viel haben wir da Supplies für neun Tage Na komm Supplies für 18 Tage Ich denke Safe Und ich habe sie unter die Türen gehangen Ich denke Ich bin dumm Ich baue sie mal noch kurz Auf die Seite Auf die ich sie eigentlich wollte Ich wollte sie nämlich Eigentlich auf den Rücken Des Schiffs bauen Wo sie keinen stören Hat exakt nicht funktioniert Einfach nicht drauf geachtet habe Und ein bisschen Versagen Gehört halt auch dazu Was wird hier gerade gebaut Das wird meine erste Bekörbelte Moon Mission Also da oben steht es auch Moon Mission 1 Wo ich mit zwei Körbels Und ich denke Wir werden Tja Wem werden wir da mitnehmen Ich glaube Tatsächlich Ich bilde meine zwei Piloten Ein bisschen weiter Erstmal Und würde dann Wissenschaftsmäßig Nochmal eine Mission Anstreben Obwohl Wenn ich einen Wissenschaftler Mitnehme Könnte ich Die ganzen Experimente Einmalig mitnehmen Das wäre eigentlich Ganz gut Ich müsste mir nur noch Überlegen Wie ich die Experimente Daran geklatscht bekomme Aber das ist ja Ein anderes Thema Ich habe kein Cargo Bay Auf der Größe Oder Hat da jemand Gerade Service Modul gesagt Ich glaube Jemand hat Service Modul gesagt Ich habe schon wieder Ein bisschen Shopping Laune Heute Aber da komme ich nicht ran Das lässt sich nicht öffnen Draußen Gut Explosive Doors Verstehe ich nicht Schön was Wenn ich das hochskalieren könnte Ich will lieber das haben Da weiß ich Dass ich mich drauf verlassen kann Bei dem war irgendwas Das konnte man glaube ich Nicht aufmachen Richtig Hat das jemand Ich habe das noch nie benutzt Hat das jemand Ist wie ein Fairing Aber es hat gar keinen Ah ich verstehe Dann lasst es uns einfach mal benutzen Dann benutzen wir das mal Und Ah man macht das wie ein Fairing auf IC IC Dann können wir hier die Sachen reinbauen Oder Die wissenschaftlichen Experimente Mit denen wir arbeiten Arbeiten wollen Vielleicht Eventuell So Machen wir hier das rein Das Einzige was da halt wieder nicht passt Ist das Das ist halt einfach Muchos Immunoberfläche gemacht Dann könnten wir da aber auch Guter Punkt Könnten wir da aber auch Die Dinger reinbauen Oder Also guter Punkt Notiz an mich selbst So meine ich das Macht ja total Sinn das Essen Und hier drin aufzumachen Und das da nicht draußen Daran rum Oxidiert Zack Jetzt haben wir Essensmäßig 13 Tage Habitation 12 Tage Alles ist super Alles ist super E-Borg Vielen lieben Dank Für den zehnten Monat Merci Zwei Monate noch Bis zur Warte 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 Zur Unglaublich Habe ich sie schon mal In gut ausgeleuchtet Gezeigt Nach oben wird sie scheinbar Durchsichtig Bis zur goldenen Zapprakete Zwei Monate noch Dankeschön Was wollte ich jetzt machen Solarpaneler Ich wollte Strom anbauen Das ist ein Ziel Ja Das ist ein sehr naheliegendes Ziel Sogar in diesem Fall Ein sehr sehr naheliegendes Wie machen wir das Wir machen das Vielleicht Vielleicht machen wir das So Zack Sprengst die dann mit weg Wenn ich das Fairing aufsprengen Wie Wie schlimm ist es Zack Das sprengt da nur die Mitte weg Oder Das hier bleibt stabil Dieser untere Part Was guckt der raus Warum ist das so Hä Moment 3 Ich will 4 Batterien Noch nicht Ich habe relativ viel Batterie Im Dings oben Aber ich könnte hier In das In mein Service Bay Noch welche bauen Aber erstmal will ich gucken Was in meinem Service Bay So komisch durchguckt Du ist das Du schon wieder Verdammtes Teil Drinnen bleiben So ich habe nämlich hier noch ein bisschen Platz Da könnte man Ganz sexy Die ein oder andere Batterie reinbauen Ich muss gleich nochmal Meine Äh Meine Trust Weight Ratio Und meine Ich bin gespannt Warum willst du da nichts hinnehmen Das Stört dich das Mystery Gut So Bisher kippen sie alle um Ob das klappt mit den Solarpanels Ja da bin ich zuversichtlich Du meinst weil sie sonst alle sterben Das ist ein guter Punkt Das ist tatsächlich ein guter Punkt Das zu testen Ich habe mich gerade so im Moon Orbit gesehen Ohne Strom Also wir testen jetzt mal ganz kurz Das Öffnen Des Fairings Vom Service Module Ob es uns die Strom Paneele dadurch abreißt Oder nicht Ich gehe davon aus Dass nicht Wenn ich den Shot Off mache Habe ich da oben und unten Auch noch so Streifen übrig Das ist es Looks good Looks Very Hervor Das Lookt nicht so gut Aber das ist jetzt schwerkraftbedingt Das machen wir natürlich erst oben im Weltraum auf Also alles ist Cool EO Und wir haben jetzt strommäßig 600 Charge Das sieht alles echt gut aus EO sieht gut aus Recover Aber guter Punkt Aber guter Punkt Das zu testen Auf jeden Fall Also völlig Völlig valider Und richtiger Einwand Fähre Ich habe Sanrassa Ich habe leider nur das Wort Fähre mit dem Fragezeichen Noch gelesen Ja Eine Raumführer Also wir fahren zum Moon damit Aber das soll auch ein Lander sein Gleichzeitig Also das ist Das ist so ein bisschen Die Eierlegende Wollenmilchsau Also das Ding Ich mache jetzt noch Ich habe noch keine Dockingports Oder sowas Es gibt jetzt noch kein großes Aufwendiges Monster Raumschiff Ding Deshalb Fliegen wir im Moment noch sehr Sehr zivilisiert In der Gegend rum Können wir den noch irgendwie einstellen Wow Können wir den noch irgendwie optisch Auf was schöneres einstellen Leben wir damit Aber Shroud Off Zack So Wir haben Strom Wir haben Essen Wir haben Habitation Wir haben Was Was verbrauchen die Dinger eigentlich Wenn sie an sind Weil meine Solarpaneele Generieren 0,3 pro Sekunde Und viel mehr als 1 Werde ich da 0,02 pro Sekunde Das ist fair Das ist fair Okay Das sieht gut aus Damit können wir noch arbeiten Da passt doch der Junior dazwischen Wo passt der Junior dazwischen Zwischen das Triebwerk oder das Nee Das sieht doch nicht aus Das sieht doch nicht aus Können wir noch nicht machen So Ja wir könnten Wir könnten Eine Antenne mitnehmen Das ist so Wir brauchen sie nicht wirklich Aber Es tut halt auch nicht weh Und es macht die Mission halt auch nicht schlechter Eine mitzunehmen Das hat so ein bisschen was Was Einfach weil es ging So Lass mich mal kurz gucken Also das Ding hat jetzt noch 2037 Delta V Und hat im Vakuum Auf dem Mond 3,7 Trust Rate Ratio Das heißt wir können landen Wir können starten Alles ist cool Niemand wird sterben Und wir haben genug Delta V um zu landen Zu starten Sind 1200 weg Und um nach Hause zu fliegen Die 800 reichen locker Das heißt wir brauchen jetzt Eine Raumfähre Die uns mit diesem wundervollen Gefährt In den Moon Orbit manövriert Dafür könnte man mal überlegen Den Pudel zu nehmen In einer Kompakt Variante Da würde er nämlich ranpassen Wir müssen mal schauen 994 ist tatsächlich Relativ ideal dafür Es ist nur noch ein bisschen zu wenig Im Sinne von Auch noch den Orbit rein bremsen So wenn wir es doppelt machen Wäre es quasi als Upper Stage Die dann nochmal nachzündet Ist für mich akzeptabel So Zack Dann käme Decoupler Habe ich schon Engine Plates Ja Hi Ja I fixed that So und ich glaube Was ich jetzt nicht habe Ist das der Adapter Von Oh Gott sei Dank Es war tatsächlich der Adapter Ja Alles gut Ich musste kurz drüber nachdenken In welche Richtung der ging Aber der ist super dafür Ganz hervorragend Jetzt können wir nicht Auf das große Gehen Jetzt überlege ich gerade Der hat Auf Curven Trust Ventilation Noch von 1 1 1 Wenn ich jetzt Ich gehe so Zack Dann sind wir hier bei 2000 Meter Das ist auch Okayisch Hat aber nicht besonders Viel Delta V Was nachvollziehbar ist So und dann nehmen wir Noch mal 2 davon Und dann Ich benutze jetzt einfach die Teile Die ich freigeschaltet habe Jetzt wäre ein Main Sale Richtig Hammer Den haben wir aber nicht Hammer aber nicht Haha Entschuldigung Der ist wirklich schlecht So 2015 Und 1404 Ist Wir werden ein bisschen Verluste haben Natürlich durch die Atmosphäre Ist aber Eine super coole Config Um in Orbit zu kommen Wir haben hier oben Noch ein bisschen Toleranz Auf der Stage Aber wir werden noch ein bisschen Mit Boostern arbeiten Ich muss mein Booster Game Einfach noch ein bisschen So eine schlechte Aussage Eigentlich ein Booster Game Verbessern Zack Ähm Deshalb Jetzt gucken wir mal Ja Gewichtstechnisch Sind wir noch Sehr gut unterwegs Da kriegen wir Die Booster Tatsächlich Oh da müssen wir noch Daran denken Diese komischen Experimente Oh 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 Zum Glück habe ich gerade Die blaue Markierung Ich hatte es voll vergessen Sollten wir unbedingt Daran denken Die jetzt gleich noch mitzunehmen Super wichtig Also super wichtig Im Sinne von Ist nicht so super super wichtig Aber es wäre eigentlich Total cool Sie zu machen Weil Naja Äh Wir verdienen halt Kohle mit ne So wir machen was Ich glaube so gefällt mir Die Config ganz gut Oder vielleicht noch Einen Ticken höher Ups Das wollte ich nicht Muss das mal optisch Ich mag das Wenn die Booster So müh Tiefer sitzen Das sieht einfach Schön aus So und jetzt können wir hier Optisch noch ein bisschen Wir werden nicht für 6200 Na nur Nosecone freischalten Wir nehmen natürlich diese hier Weil wegen ist so Ähm Dies strutten wir Zack So und jetzt müssen wir mal gucken Wir haben in der Theorie Irgendwo die Dinger auch noch rumstehen In der Theorie Haben wir nämlich Wow Wenn so ein Mikrolek Genau an der richtigen Stelle kommt Machen wir mal Ein hartes Trollen Des Spiels Wir machen mal richtig Einen formidablen Raketenstart So Das sieht auch richtig Raketenmäßig aus Muss ich sagen Das Das müsste man halt Irgendwie nochmal Besprechen Dass es Ein bisschen hart auseinander geht Ich würde gern das Fairing nochmal neu bauen Das gefällt mir einfach optisch Also das geht mir zu schnell Zu hart auseinander Ansonsten ist das Total super Wir machen jetzt nicht so einen albernen Blödsinn Machen wir das jetzt hier zu Fällig Guck mal Das sieht ja auch gleich ganz anders aus Oder So Jetzt Fingers crossed 1,3 ist okay 1,3 ist völlig okay Cool Und wir sind immer noch knapp Also wirklich knapp Im Gewichtsdingsbums drin So Science Experimente haben wir Wir haben Strom Wir haben Essen Wir haben Havitation Wir haben jetzt noch diese Auftragsgeschichten Wo bleibt eigentlich Das Space Shuttle Ich verstehe die Frage Es ist noch sehr viele Teile von uns entfernt Außerdem war das Space Shuttle Eine fürchterlich ineffiziente Maschine Wenn auch schön anzustellen Anzustellen Anzuschauen Warum ist die Streamkill auf 900p? Weil ich mit 900p sende Äh genau Ich habe die FPS ein bisschen hoch gedreht 1080p mal Also 1080p 60p kriege ich nicht sauber durchgedrückt Deshalb bin ich auf 900p runter Weil das glaube ich ein ganz guter Kompromiss Zwischen Man kann Details sehen Und man Sieht es ja nicht mehr Ist so Den müssen wir jetzt testen Und zwar Jetzt müssen wir nochmal gucken Den müssen wir Im Orbit des Mondes Versuchen wir uns eine Stelle Wo das irgendwie optisch halbwegs hinpasst Aber wir machen jetzt folgendes Das ist nicht cool Aber Dann ist es wenigstens symmetrisch Das hat irgendwie optisch was So Und dann packen wir ihm da noch einen Monopropellant Tank dazu Weil er ja Monopropellant benutzen will Heute Heute wird nicht gekleckert Sondern geklotzt Ich hoffe das passt Ohne rauszugucken Nö Aber hier ist eine Fuel-Leitung Das können wir alles verkaufen Wir sprachen gerade über Mikrolex Oder Zack weg Hervorragend So Ist ja was Wir schieben das da ein bisschen rein Mir gefällt das besser Wenn das da in der Nähe Von den kleinen Tanks ist Ja von den kleinen Triebwerken Und deshalb machen wir das jetzt auch einfach so Dass das in der Nähe der kleinen Triebwerke ist Wo es benötigt wird Ja und da sind sie direkt dran angeschlossen Ist das nicht schön Schön Ja das ist jetzt wirklich Clipping Aber es sieht einfach schöner aus Als da oben so ein Bubble dran zu packen Ja das gefällt mir So Dann haben wir nämlich das Ding zum Testen Schon mal durch Und dann haben wir noch den TT70 Radial Decoupler On Escape Trajectory Out of the Moon Das können wir dann machen Wenn wir quasi dran vorbeifliegen Wow sehr groß Wow der ist richtig groß Was habe ich gerade geschafft Was anzubauen Dafür nehme ich Dafür nehme ich keinerlei Lobe entgegen Kann man so machen Sieht aber dumm aus Kriegt das überhaupt Und das Fairing drunter Ganz blöd gefragt Nicht so richtig Können wir eine kleine Variante testen Auch schon wieder um den Auftrag herum arbeiten Das ist ja Wir nehmen schon das Original Ding mit Das transfert uns rüber Bevor wir in den Orbit gehen Dann können wir es aber auch an diese Stage anbauen Den Service Bay Das passt im Leben nicht in den Service Bay rein Ich mache kurz eine Sichtprüfung Nein Ich packe das hier unten ran Und weil es geht Wie viel wiegen die? 0,05 Tonnen Nehmen wir einfach zwei mit Dann sieht es auch wieder symmetrisch kacke aus Können wir zwei Tests machen Weil wegen ist so Hallo? Oh Ja 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 So Freunde Lasst uns Das Ding hier noch Starten Valentina und Bob sind mit drin Das ist wichtig Weil Bob muss mit Damit wir diesen Mystery Goo gegebenenfalls Resetten können An mehreren Stellen Da müssen wir mal gucken Wo der noch nicht stattgefunden hat Ähm Ich würde jetzt einmal noch ganz kurz gucken Ob sich in der Zwischenzeit Also Staging müssen wir gleich noch fixen Bevor ich starte Ähm Ob sich in der Zwischenzeit Irgendwelche Aufträge für den Moon Oder Carbon Orbit Oder so noch Äh Begeben haben Macht zwei Probes an die Decappler Tatsächlich gar keine Gar keine total dumme Idee Meckes Ich guck gleich mal noch Ähm Orbital Station Around the Moon Schöne Sache Interessiert mich aber gerade irgendwie nicht Docking on Allround Kerben Ja den können wir auch schon mal annehmen Würde ich sagen Magnetic Field Readings Okay wir haben eine Surface Site Die wir besuchen sollen Hiermit festgelegt Ich hoffe Dass wir da hinkommen Und genug Sprit haben Was die Geldgear alles aus einem macht Okay Los geht's Wir haben eigentlich genug Sprit Um das zu tun Wenn nicht nur so eine spätere Mission tun So Jetzt Satelliten 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 Eigentlich wollte ich starten Aber Ich finde Ich finde die Idee Charming Ich finde die Idee Tatsächlich Charming Am Moon Satelliten auszusetzen Wenn wir da eh schon So ein Mist dran gebaut haben Und könnte halt Relativ simpel Kleinen Feetings habe ich noch nicht Man könnte halt relativ simpel hier Der hat auch schon Torque mit dabei Oh Jetzt haben wir Zu viel Gewicht genommen gerade Ah shit Ja meine Gewichtsbegrenzung Ist es Ne ich fange jetzt nicht an zu basteln Können das jetzt alles irgendwie In klein machen Wie ist es wenn ich sie klein mache Eins muss ich noch gucken Eins muss ich noch gucken Wie ist es gewichtsmüßig Wenn ich sie klein mache Das würde gehen Ah komm Wir machen kleine Satelliten Sehr kleine Satelliten Zack Jetzt kommt der Witzpart Ich scale das jetzt runter Weil das andere Weil das andere diesen blöden Grafik-Bug hat Und ich einfach Ich finde es dumm Dass da diese zwei LEDs rum Rumschweben Das möchte ich einfach nicht Äh Jetzt mal von denen Dann Ja Panels Äh So Dann brauchen wir da noch ein schönes klein skelettes Triebwerk Please Das ist nicht mal skaliert Das ist die Kompakt Variante Das geht tatsächlich übrigens mittlerweile Und es ist ziemlich cool Und es ist ziemlich cool dass es so ist So wie machen wir das Ich glaube hier machen wir eine Mehrfachkombination Eine Mehrfachkombination Das ist auch ein echt dummes Wort Was ich gerade benutzt habe Ich muss mich leider gerade selber immer noch emotional dafür bestrafen Das gesagt zu haben Ich gehe das hier mit Anklicken Da ist nicht wirklich ein Point oben drauf Den muss man leider ein bisschen zurückruckeln So Und damit müsste er jetzt aber gerade gehen Sehr gut Kitty halte die Augen zu Ich mache jetzt noch ein paar optische Korrekturen Die man als Clipping bezeichnen könnte Aber nur wenn man Sehr kleinlich ist Irgendwie ist das immer noch schief Finde ich Das ist gut genug So und jetzt Machen wir ein paar Antennenstart klar Das ist ja der eigentliche Sinn Von so einem lustigen Satelliten Und da machen wir dann einfach drei Stück ran Einzelne Antennen Weil auf der einen Seite geht natürlich logischerweise keiner ran Na klar Weil da der Deca bleibt Den jetzt einfach stumpf zersprengen würde So haben wir ganz nette Satelliten auch mit dabei So und jetzt muss ich das Staging auf jeden Fall gerade ziehen Einmal Da hat es jetzt echt alles zerlegt Also lieber Freund Wo bist du? Da Ihr seid Stage 1 Okay Das doch nicht Dann brauchen wir auf jeden Fall Wo ist er? Da Das hier Und wir sind bei 1,28 Alles hervorragend So Dann kommt als nächstes Das beides Das passiert hier Nachdem ihr durch seid So was ist das? Gut dass wir darüber gesprochen haben Das hilft natürlich auch schon mal Wenn man die Landbooster irgendwann wegräumt Also Ihr fliegt Was ist das? Warum macht es das? Äh Okay 1,2 Zack Also Bap 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 Feuer frei Hust er weg Nächste Stage Nächste Stage Check So Faring Könnt man mal irgendwie Hier so irgendwo in dem Bereich aufmachen So das ist noch eine ganz andere Story Das ist auch noch mal eine ganz andere Story Ich glaube diesen ganzen Kladderer Dutch Den wir eh händisch machen werden Den packen wir jetzt mal in so ein Sammelding rein Du bist eigentlich irrelevant Weil du mit dem zusammen passieren kannst Wegen mir Und dann der da angeht So Und ihr seid Zeug Ihr alle Seid einfach Zeug Das passiert alles Später Das sortieren wir uns dann zurecht Wenn wir es brauchen Okay Cool So gehen sie dahin die Körbel Dollar Ja du hast ja deinen Körbel jetzt gekauft Du bist ja fein raus Neo Du bist ja fein raus So jetzt hatte ich aber versprochen Wir starten noch Also starten wir heute auch Und ich glaube Wir kommen auch noch Zumindest mal in Richtung Moon geschossen Ich glaube Da wird es immer ganz gut safe Auf geht die Bedefahrt Nochmal hier gucken Das wird dann schon ein bisschen höher sein Das ist dann auch wieder nicht ganz positiv am Anfang Schauen wir mal Machen wir das Beste draus Hat eben geklappt Wird wieder klappen Tschakka Wenn nicht Wir haben Fallschirmung Wir können es abkoppeln Alles ist gut Einfach wild durchstagen Als ob es um nichts ginge Letzte Amtshandlung Straten Damit die Dinger nicht wackeln Los geht's Ich bin nicht paranoid Ich vertraue mir selber noch nicht Glaubt mir Dum 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 Na Ob es funktioniert Ob ihr wirklich richtig seht RSSVE habe ich nicht mit Ziken installiert Das habe ich händisch nach installiert Weil das nicht funktioniert Mit Ziken So Auf geht's Ich bin sehr gespannt Valentin und Bob bestimmt auch Also es fliegt schon mal Das ist eine gute Sache Leiter hätte man noch gucken können Aber das wäre glaube ich Schon wieder sowas Vom Bonus Stage gewesen Auch hier gilt wieder Ich gebe dir erstmal ein bisschen Mehr Speed noch mit Bevor ich den Gravity Turn einleite Weil die nächste Stage halt sehr Also die braucht halt einen Moment Um sich dann zu entfalten Soweit die Booster weg sind Darf die jetzt noch ein bisschen Ein bisschen nach oben gehen Wir haben auch ein paar Spätreserven Mit denen wir uns das leisten können Naja alles gut Die wird jetzt schnell genug Rumkippen gleich So Booster sind durch Damit Sieht schon mal gut aus So und jetzt wird die Nase auch rumkommen Relativ zügig Während sich der Schub entwickelt Wir sind bei 0,9 Trust-Wet-Ratio Das sieht gut aus Peak-Höhe Sieht gar nicht so gut aus Weil die uns entgegenkommt Aber das entwickelt sich Wie gesagt gleich Wir haben gleich eine 1,0 Trust-Wet Auf der Stage Dann kriegt die auch wieder Ein bisschen mehr Fahrt drauf Das ist nicht ganz so ideal Die Stelle aber Uns fehlt hier einfach noch Das Main-Sail im Moment Ready Gute Nacht Schlaf schön So Aber wir kommen auf Höhe Das ist gut Die Nase kommt rum Das ist auch gut Jetzt darf sie auch Langsam rumkommen Doch schon ganz hoch Mittlerweile Nächste Stage Entwickelt sich auch Ganz hervorragend Vom Schub Das ist ja die Stage Die uns dann nachher In den Orbit tragen soll Die sieht schon sehr gut aus Was die Delta Vs angeht Hier drüben Und entwickelt sich auch Weiter durch die Zunehmend dünnere Atmosphäre Und jetzt kommt die Nase rum Und die Rakete Nimmt Geschwindigkeit auf Sehr schön Ja ich glaube das war Das war ein bisschen früh Ich bleib mal auf 45 Grad Wir brauchen noch ein bisschen mehr Höhe Sonst wird das schwierig So Ab auf die nächste Stage Das ist wenig Schub Das ist wirklich wenig Schub Ich bin nicht sicher ob es reicht Das ist sehr wenig Das reicht glaube ich nicht Wir sind zu knapp Wir sind zu knapp Gehe das Triebwerke an Ich hoffe Ja das rettet uns ein Stück weit Ist doof aber Es ist jetzt einfach so Ich krieg sonst Probleme Ich krieg das nicht gefangen Crossfeed 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 all the things Komm schon Ich ziehe jetzt hier oben Sprit raus Um mich zu retten Letzten Endes Letzten Endes Rette ich meinen Arsch damit Gerade Also die Satelliten retten uns den Arsch Weil es halt zwei zusätzliche Terrier Triebwerke sind So Ich mach jetzt noch gleich das Ferrying auf Komm schon Komm schon Gib mir hier Das zieht uns hier vorne Ganz gut Sprit raus Aber es ist jetzt so Come on Come on Come on Gib 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 Das sieht gut aus Okay Er kommt Er kommt Ist nicht geil Aber er kommt jetzt So nochmal schauen Was das nachher bedeutet Für unsere beiden kleinen Freunde Ich bin hier oben Ich bin hier oben Ich bin hier oben 60 Kilo der Röhre gleich Ferrying auf Es gibt jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Schub. Oder was? Nun ja, Freunde. Nun ja. Reden wir nicht drüber. Das war nicht glorreich. Müssen wir gleich noch gucken, was das bedeutet mit Fuel umpumpen und so weiter. Aber gerettet. Auf jeden Fall gerettet. Und wir schaffen es in den Orbit hoch. Also das ist jetzt kein Thema mehr. Müssen wir so noch gucken, dass wir hier den Crossfit wieder ausschalten. Also so fürchterlich nah am Deep Capital Button dran. Eieiei, so ein Aufreger nochmal auf den letzten Start hier. Die Fallschirme sind nicht defekt. Ich bin nur zu schnell für Fallschirme. Ich denke nicht. Ich denke, das ist alles ziemlich safe. So, wir haben hier noch genug Meter pro Sekunde zur Verfügung, um uns in den Orbit hoch zu schummeln. Schummeln. Das trifft in dem Falle wirklich zu. Schummeln. Das war hart an der Kante. Insgesamt. Wir gehen noch ein bisschen höher auf die 90 Kilometer. Dann schauen wir mal. So, hier ist jetzt noch so ein Restfurz-Sprit mit drin. Hier vorne haben wir auch schon gut was rausgeflogen. Mal sehen, was das jetzt gleich bedeutet. Jetzt coasten wir erstmal aus der Atmosphäre raus. So, Freunde. Jetzt aber Habitation an. Damit es uns erstmal gut geht. 12 Tage sieht gut aus. 13 Tage Supplies. So, den den Winter akzeptiere ich. Das war wirklich eine knappe Kiste. Ohne die beiden Satelliten. Vielleicht haben die beiden Satelliten auch zu unserem Problem geführt, muss man der Fairness einfach sagen. Die haben ein paar Tonnen gewogen. Aber ohne die Triebwerke der beiden Satelliten wäre das jetzt nicht gut ausgegangen. Der beiden Satelliten. Doch, ja, irgendwie. Ja, macht Sinn. Es fühlte sich irgendwie falsch an. Vom Sprechen her. Aber es ist nicht falsch, glaube ich. So, 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 so. Drei Minuten bis Exit Atmosphäre. Das kriegen wir noch hin. Dann werden wir den Restburn machen. Das ist nicht viel. Das ist nur noch ein kurzer Schubser. Und dann pumpe ich, glaube ich, hinten den Sprit raus in die nächste Stage. Weil da ist nochmal ein Pudel. Also die Effizienz ist gleich. Und wir verlieren massiv an Gewicht. Das ist die Sache einfach ein bisschen. entspannter macht. Ähm, ja. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Zack. 70 Kilometer. Sehr schön. Dann jetzt richtiger Zeitraffer. Jetzt werden wir mal sehen, wie unsere Batterien so funktionieren. Das sieht aber gar nicht schlecht aus. Also die Dunkelphase scheinbar ganz gut zu überleben. Also wenn ich mir das so angucke, wie langsam sie sich verbrauchen dann trotz allem. Ist okay. Oh nein. Schon wieder umgekippt. Ja, ich muss echt mal gucken, was da los ist. Weil wie gesagt, eigentlich gibt es drei Ergebnisse für die Expedition. Es gibt den totalen Erfolg. Ihr kriegt alle eure Punkte. Es gibt genau diesen 50% Erfolg. Das, was dauernd passiert. Und es gibt halt natürlich auch den Fehlschlag, wo alle draufgehen. Aber irgendwie... Irgendwie passiert nur eine Sache. Ich weiß noch nicht ganz, warum. Woran es liegt. Das muss ich mir noch angucken. Aber so ist es auch ein bisschen Gamble. Aber es soll natürlich auch mal ein grandioser Erfolg möglich sein. So ist ja auch immer schade, wenn die Hälfte von euch bestraft wird. Jedes Mal. Das soll es ja nicht sein. Deshalb auch, ne? Denkt immer dran, wenn ihr eure Körbel-Dollar für was anderes ansparen wollt. Spart sie lieber. Beteiligt euch ein bisschen am Chat. Das geht dann eigentlich flink genug. So. Zack. Orbit steht. Jetzt machen wir... Zack, zack. Und... Zack. Nehmen wir doch den. Boah, ich kann auch nicht viel transferen. No fuel transfer for me. Halifax. Vielen lieben Dank. No fuel transfer for me. Das ist ja richtig ärgerlich. Das heißt, auch diese Satelliten sind quasi... Was musste man upgraden für fuel transfer? Dass man das machen kann. Muss das? Ist das? Ich glaube, es ist R&D, ne? Ich glaube, es ist R&D. Lass mich mal kurz gucken. Weil wir müssen die Upgrades der Gebäude eben machen. Und jetzt wäre ein Zeitpunkt, wo es sich lohnt, weil es uns nebenbei noch was bringt. Aber ich glaube, es ist R&D. Und das ist so unglaublich weit entfernt von wir können uns das leisten. Ja, Resource Transfer ist hier mit drin. 900.000. Oder es werden auch mal alle sterben. Ja klar, das gibt es dann natürlich auch. Gut, das heißt, wir fliegen das noch mit der Stage weiter. Wir werden nichts umpumpen. Das ist dann jetzt halt so. Schade. Das wäre cool gewesen. Aber 900k. Vielleicht nach der... Vielleicht nach der Moon Mission. Okay, das heißt, wir haben noch so ein bisschen... Wir haben einen kleinen Startbonus, sage ich mal. Hier haben wir es versaut. Nicht wirklich doll. Oh, hier ist fast ein bisschen... Der war gut. Der Schuss war tatsächlich gut. Jetzt noch so, dass er uns reinzieht. Das ist okay, würde ich sagen. Wir nehmen den jetzt erstmal gleich so. Dann muss ich weiter nach unten mal. Und dann muss ich, sagen wir mal wie gesagt. Als wenn das jetzt nicht mehr ist ... dieser Scheisse hat die Gehrein. 342 ist in ordnung so dann die antenne ausklappen dann haben wir auch wieder ein bisschen empfangen aber wir können die an verschiedenen punkten unseres deorbit burns einfach aussetzen so ready to rock and roll würde ich sagen bob sieht nicht so aus der wirkt da ein bisschen verstört valentina ist hoch erfreut hoch erfreut die kann es gar nicht abwarten den mund zu besuchen so dann müssen wir uns gleich noch angucken wo eigentlich unsere spezialmission uns dahin führt dann machen wir jetzt noch den schuss raus und die mid course correction und ich würde sagen dann steigen wir nächstes mal nämlich am nächsten sonntag wieder ein auf den weg zum moon spannung spannung das sieht doch ganz gut aus ja und ich sehe es auch wieder recht voll geworden also halli hallo ihr da draußen alle ich hoffe es war eine schöne folge bis hierhin wie gesagt wir machen jetzt hier noch den den burn zum moon raus weil das hatte ich euch versprochen auch wenn sich das alles ein bisschen verzögert hat durch den lieben herr neo hashtag mod blaming oder die mod shaming hat man gesagt wir machen mod shaming schäm dich neo nein war eine spannende mission war auch eine coole herausforderung und ich finde es ist ein sehr cooles improvisiertes docking device daraus entstanden also ich fand es gut auch wenn sie es ein bisschen gezogen hat mir hat sehr viel spaß bereitet das ding zu konzipieren wir machen heute mal wieder einen klassischen cliffhanger rüber in die nächste folge so antenne ist auch an ganz klassischer cliffhanger so ich hoffe dass wir damit auch noch das einbremsen in den orbit schaffen aber ich glaube das wird zu großen teilen funktionieren dann können wir nämlich während des bremsprozesses wenn ich jetzt mal so gucke einbremsen kostet 310 ja dann können wir während verschiedenen stages des bremsprozesses einfach die satelliten aussetzen das ist so medium aber es ist halt so und check ok dann lasst uns noch mal kurz die korrektur fokus so wo ist unsere zone wo wir hin müssen da ist die zone das lohnt sich dann auch eh auf einen polarorbit zu gehen weil ich hatte eh überlegt ein polarorbit zu nehmen für den anflug damit wir möglichst viele biome abfrühstücken können und ich glaube das machen wir jetzt auch in unserem mit kurs werden uns auf einen polaren orbit rein ziehen geht es damit effizienter damit geht es sowas von effizienter kursberechnung 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 so jetzt sind wir im schönen polarüberflug dann setzen wir den schon mal schön auf 50 km an check wie gesagt den burn machen wir jetzt noch schnell und dann ist für heute feierabend so strom sieht gut aus wir haben entsprechend gute versorgung auch mit habitation und essen also insgesamt alles echt gut und auch die batterien sind ausreichend dass wir uns auch keine sorgen machen müssen dann müssen wir mal schauen unser polarorbit da werden wir noch weiter warten müssen ja gut aber der dreht sich ja auch noch weiter bis wir da sind der dreht sich ja auch noch weiter alles gut früher oder später kriegen wir die side und wenn wir die jetzt noch nicht in diesem anflug machen dann ist das auch kein weltuntergang so ready for the manöver 23 sekunden ist soweit dann wird hier nochmal ordentlich durchgezündet und dann haben wir noch knappe 350 meter pro sekunde um uns in den orbit einzubremsen das war auch genau das was diese stage hier noch erledigen sollte ich nutze das manövertool tatsächlich sehr selten einfach weil ich aus der prä dieses manövertool manöverzeit tool dingsbums stammelt das ist ja noch relativ neu ich werde es früher oder später bestimmt auch mal intensiver nutzen aber ich habe mich so an das manöver wie und ich war auch früher nie so ein nutzer von precise manöver oder so der jack ist da ein bisschen anders drauf aber ich habe immer mit dem standard manöver wheel dings gearbeitet und ich habe mich echt gut daran gewöhnt von daher passt das so dj genie eine bitte ist total entspannt ich bin auch der letzte der nicht werbung für krampfgarten machen würde aber nur so ein tipp das ist echt uncool insgesamt sowas macht man in anderen streams einfach nicht nicht weil ich ein problem damit hätte krampfgarten zu callouten sondern wir als streamer mögen es also auch mal an meine leute geht nicht in andere channels und macht ungefragt werbung für mich das ist einfach das gehört zoniert die kette von twitch mit dazu dass man das nicht ungefragt tut okay ansonsten ja krampfgarten ist ein cooler typ kann man vorbeigucken mods macht gerne mal ein shoutout so rum ist es okay andersrum macht es bitte einfach nicht weil da bringt ihr euch in teufels küche mit so wir haben unsere korrektur soweit fertig das heißt ich mache mal einen kurzen blick in die liste der dinge ähm die da so laufen und da sehe ich auch schon ah ich glaube du wolltest mich darauf hinweisen dass der äh kampfgarten kerbel space program spielt dann nehme ich meinen mein hate zurück und sag danke für den hinweis das war ein bisschen missverständlich formuliert unter dem aspekt lässt sich das natürlich das ideal das angenehme mit dem nützlichen verbinden ich guck mal kurz rein nicht dass er gerade auch den deckel drauf macht ja der startet gerade noch eine rakete das kann funktionieren dann würde ich sagen gehen wir ihn noch mal heimsuchen ja ja alles gut dj ich habe ja schon gesagt das habe ich anders verstanden nur dann ist alles cool und äh danke für den hinweis zap nur ungünstig formuliert so raid is on habt noch einen schönen restlichen sonntag wir sehen uns vielleicht am dienstag das muss ich noch klären wir sehen uns aber bestimmt am donnerstag zu kerbel chaos du und am sonntag eigentlich auch zu hardcore colonization dienstag kläre ich noch wegen alien isolation ich bin guter dinge sage ich aber auch noch mal im discord bescheid in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen mein name ist robert und tschüss